Hexenkesseliebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Hexenkesseliebe Podcast. Ich habe heute unseren allseits bekannten Geo dabei. Hallöchen! Und die meisten kennen ihn wahrscheinlich auch, weil wir ja jetzt schon euch da hatten und hatten euch mehrmals da, ich weiß es gar nicht. Ist doch egal, wir haben den Rudolf da. Hallo! Man kennt ihn von Reicher und Stark zum Beispiel, findet ihr auf YouTube und wo habt ihr alles euren Podcast laufen eigentlich? Eigentlich eh auch nur auf YouTube. Ja, wir sind auf YouTube. Wir haben einfach als Videokanal gestartet und haben dann irgendwann mit Podcasts zusätzlich angefangen, aber keiner von uns beinahe die Nerven, das auf irgendwelche Podcast-Hosts hochzuladen. Der Bernhard kann es technisch nicht und ich bin zu faul dafür und deswegen gibt es uns erstmal nur auf YouTube seit ein paar Jahren. Irgendwann werden wir vielleicht ausweichen auf andere Dinge, aber momentan nicht. Ich hatte den Bernhard schon mal kritisiert, dass ihr so alte Menschenmedien nutzt nur. Ja, Facebook, gell, ich weiß. YouTube ist auch mittlerweile, obwohl das kommt ja so ein bisschen wieder. Aber wir haben halt teilweise Sendungen, die dauern ein, zwei Stunden. Ich glaube, da ist man auf Instagram und TikTok falsch einfach. Auf jeden Fall, ja. Nee, aber so Insta ist er ja jetzt mittlerweile auch aktiv. Der Bernhard, ja, ja. Ja, ja. Er flucht es, ja. Und ihr macht einen Podcast und Videos rund um Magie. Genau, im weitesten Sinne, ja. Mysterien, Mindfuck und Magie ist so der Slogan. Darum geht es, also um paranormale Phänomene, ein bisschen um Popkulturgeschichten, aber in erster Linie Fokus halt sehr, sehr praktische Magie. Möglichst dogmenfrei, möglichst ohne irgendwelche speziellen Traditionen, sondern versuchen auch recht neutrale Sichtweisen. Ein bisschen historische Hintergründe, ein bisschen Erklärungen, ein bisschen Aufklärung auch, Begriffsdefinitionen ein bisschen. Wir stellen ab und an Rituale vor. In erster Linie ist es aber ein Dienst, ein bisschen der Unterhaltung. Also wir plaudern in erster Linie über unsere eigenen Erfahrungen, was uns interessiert. So ein bisschen ein, wie so ein Videotagebuch vielleicht, wie so ein Vlog, den wir machen, wo wir einfach über Dinge quatschen. Dann, wo wir manchmal Gäste einladen, die meistens aus dem Freundeskreis sind einfach, also Leute, die mit uns den Weg durchs Leben gehen, durch die Magie. Und wir sagen, die haben vielleicht eine interessante Sichtweise oder die haben irgendwie was beizutragen oder Fragen, die ich immer schon stellen wollte. Schalten wir doch einfach die Kamera ein und plaudern gemeinsam darüber. Also wir laden jetzt, wir sind jetzt nicht so der typische Kanal, der bekannte Gäste einlädt aus der Szene, sondern aus dem Freundeskreis einfach mit Leuten über Magie plaudert. Ungefähr so, ja. Wenn euch die beiden interessieren, dann könnt ihr mal bei uns beim Magischen Netzwerk schauen. Da sind sie auch vertreten unter Partner, ne, Geo? Ja, Magisch Netzwerk, dann sind ja alle Links, die wichtig sind, von den Beinen. Oder auf der Homepage. Genau. Ich finde das ganz cool, ich liebe es, also euch zuzuhören. Ich habe, also als ich noch keinen Trockner hatte, musste ich immer auf den Speicher und das sind viele Personen. Das ist eine scheiß lange Arbeit gewesen, ne, und dann habe ich immer euer Zeug mir reingezogen und ich glaube, ich habe fast alles durchgehört. Also ich habe auch tatsächlich, obwohl ich ja auch schon irgendwie ein alteingesessener Hase bin, doch noch das ein oder andere auch von euch gelernt. Das ist ja auch immer cool, wenn man auch nochmal andere Sichtweisen, davon lebt man ja auch, ne, die Entwicklung und so. Doch, das ist schon ganz cool, hat mir auch was gebracht auf jeden Fall. Cool, weil wir haben ja auch gar keinen Anspruch jetzt, wir sind ja nicht die Magiepolizei, also wir haben ja gar nicht den Anspruch, irgendwie alles zu wissen oder so, sondern einfach halt, was können wir dazu beitragen und verschiedene Sichtweisen. Es gibt mehr Sichtweisen, als es Magier, Magierinnen, Hexen gibt zum Thema Magie. Also wir wollten unseres beitragen und nachdem es wenig gab, zum damaligen Zeitpunkt im deutschsprachigen Raum, war es einfach ein, auch so ein bisschen Ideen aus dem englischsprachigen Raum oder aus dem internationalen Raum, dem deutschsprachigen Publikum ein bisschen zugänglicher zu machen, von denen man vielleicht alleine durch die Sprachbarriere vielleicht manchmal gar nicht so viel mitbekommt, solche Dinge. Ich finde das gut. Es gibt jetzt mittlerweile mehr deutsche Podcasts, die sich auch über Magie und so weiter unterhalten, aber trotz allem sind es immer noch sehr überschaubar, die Anzahl davon. Heute kann ich kein richtiges Deutsch, aber ich habe schon neun Stunden gearbeitet, es tut mir leid. Ich komme direkt von der Arbeit einfach. Wird mir wahrscheinlich auch noch passieren heute. So, jetzt wollen wir aber ein bisschen was über dich kennenlernen, deswegen würde ich dir so ein, zwei oder auch ein paar mehr Eisbreaker-Fragen stellen. Hast du ein Krafttier und wenn ja, welches? Nein. Nein. Ah, okay. Interessant. Ich habe, nein, nein. Ich habe ein Klantier, das ich bis heute nicht identifiziert habe, das ist aber eine Traditionslinie, wo das weitergegeben wird. Ich habe kein Krafttier, also Krafttier ist ja für mich persönlich ein, das kommt aus dem Chor-Schermanismus von Michael Harner, diese Idee des Krafttiers und ich habe mit Michael Harner und diesem Chor-Neo-Schermanismus nicht sehr viel zu tun, deswegen nein. Okay. Gibt es einen Song, einen Film oder eine Serie, die deine praktische magische Arbeit am meisten beschreiben würde? Interessante Frage. Ja, das ist auch eine fiese Frage, die ich stelle. Ja, 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 das ist, boah, 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 jetzt spontan fällt mir gar nichts ein, natürlich. Kann ja auch nur den Vibe so widerspiegeln, das geht auch, aber. Ja, ich würde jetzt gerne sagen, die Band Heaven Shall Burn, also Black Metal, aber es stimmt halt nicht ganz. Vielleicht Comic, die Comic-Reihe, die Invisibles von Grant Morrison, das geht noch so am ehesten so ein bisschen in die Richtung. Na, na, fällt mir jetzt genau nix ein, da bin ich urunkreativ plötzlich. Sorry. Aber ich werde drüber nachdenken, das ist eine gute Frage. Du bist ja auch so ein bisschen ein Nerd, ne? Ja, ein bisschen. Wie sieht es aus mit Harry Potter, welches Haus bist du? Ich bin zu alt für Harry Potter, also ich meine, nein, nein, im Sinn, das war genau, es ist in der Zeit cool gewesen, als ich alt genug war, dass es für mich total uncool war, weil es die Schulkinder gelesen haben. Deswegen, ich bin nie in Harry Potter reingekippt. Ich habe mir, glaube ich, zwei Harry Potter Filme mal angeschaut. Filme? Du musst die Bücher schon lesen. Ja, das sagen mir viele Leute, ich habe mal, aber bin ich nie reingekommen. Wahrscheinlich die mit den Schlangen, wie heißen die die? Slytherin. Wahrscheinlich. Ja, ist okay. Nehmen wir, loggen wir an. Aber nagelst du mich nicht fest drauf, wie weiß ich das? Gibt es ein Klischee des Magiers in deinem Fall, der komplett auf dich zutrifft? Ich bin gern betrunken. Ist das ein Klischee für Magier? Ich könnte mir das vorstellen, ja. Doch. Ich habe viel Klimpim zu Hause. Also ich trage nicht nur schwarz, aber gerne schwarz, ja, wie viele. Und ich habe sehr viel unnötigen Scheiß rumliegen an Ritualgegenständen. Das ist einfach, über die Zeit sammelt sich das an. Ey, ich sitze in meinem Hexenzimmer. Ich brauche da ein eigenes Zimmer in unserem Haus, ja. Zumieze ich irgendwann mal. Du kannst Geo fragen, dieses Zimmer ist so vollgestoffen Scheiße. Ich misste bei jedem Umzug aus und ich bin ja gerade erst vor einem halben Jahr nach Wien gezogen, aber ich habe immer noch so viel Zeug. Ich liebe es total und wichtig und es liegt so viel Zeug auf meinem Altar. Aber ich habe einen mehrstöckigen Altar und der ist voll mit Zeug. Okay. Bist du eher Praktiker oder Theoretiker? Praktiker. Deswegen Chaos-Mangie. Ich philosophiere manchmal gerne und im Austausch mit interessanten Menschen theoretisiere ich gerne herum. Aber das mache ich mehr, weil mir langweilig ist oder um mein Hirn zu beschäftigen oder weil ich es jetzt spannend finde, rein als Hobby. Aber grundsätzlich bin ich Praktiker und Pragmatiker. Ich würde mich auch nicht als spirituellen Menschen bezeichnen. Überhaupt nicht. Ich mache Magie deswegen, weil ich gemerkt habe, dass sie funktioniert für mich, die Dinge, die ich tue und dass sie mir das Leben angenehmer machen. Also ich bin dann doch weitestgehend Hedonist vielleicht. Also ich möchte das Leben genießen und Spaß im Leben haben. Und das ist der Grund, warum ich Magie mache, weil mir Magie hilft, meine Ziele zu verfolgen. Nicht, weil ich irgendwie einer Religion angehöre oder besonders gläubig wäre oder irgendwie einen großen Gewinn daraus ziehe, irgendwas zu verehren oder bestimmte Dinge zu glauben. Ich bin sehr agnostisch, ich bin sehr skeptisch und Magie ist da einfach, wenn ich es ganz brutal runterbreche, ist es ein Tool für mich, durchs Leben zu kommen. Magie ist ja auch prinzipiell ein Werkzeug. Ja. Okay, wenn du keinen Titel, Serie, wie auch immer findest, kannst du deine magische Praxis in einem Satz oder alternativ drei Wörtern beschreiben. Jetzt auch nicht Mysterien, Mindfuck und Magie. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin Chaos-Magier. Ich bin Chaos-Magier. Punkt. Ja, cool. Das trifft ziemlich genau. Okay, eine habe ich noch. Gibt es ein Feld oder Felder in der Magie, mit denen du gar nicht connectest? Ja, viele New-Age-Themen, mit denen kann ich nicht sehr viel anfangen. Auch mit so Sachen wie Krafttier und so Geschichten. Also mit so diesem eher neo-schamanischen Ding habe ich Berührungen manchmal, finde ich ganz interessant, aber kann ich nicht viel anfangen. mit, 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 ja, Blank. Ich komme auf die Frage zurück. Also bei mir ist es zum Beispiel Traumdeutung. Ach so, ja, okay. Ja, habe ich auch keine. Das ist so ein Feld. Nee, einfach nein. Hier geht es auch so, oder, Gehr? Ich lege da auch keinen großen Wert drauf, genau. Also man denkt da mal kurz drüber nach. Mit der Kabbalah kann ich gar nichts anfangen, null. Und Franz Badon, ja, Franz Badon. Nicht mal eine Hassliebe ist einfach Hass. Ich habe diesen riesen Struggle mit der Kabbalah, weil ich würde mich gerne mit den Clifford beschäftigen. Aber jeder, der sich da auskennt, sagt, du musst dich erst mit der Sefirot beschäftigen, bevor du mit der Clifford kannst. Als Chaos-Magier würde ich jetzt drauf scheißen tatsächlich und würde es einfach machen. Habe ich auch schon mal. Aber ich wollte dann doch den, ich bin auch Jungfrau. Das heißt, ich möchte es auch irgendwie auch ordentlich machen und perfekt. So, das ist manchmal so der. Und wir haben uns mal damit, haben damit angefangen. Und wir haben, ich glaube, in der zweiten Welt, wir haben die erste Welt, also mal gut, den Tunnel haben wir auch gemacht. Und in der zweiten Welt war das Ende, weil wir, ja. Aber ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, weil es ist natürlich auch sehr, sehr extrem vorgeschrieben. Das heißt, du musst diesen Weg gehen und dieser Weg ist gefühlt 18 Jahre lang. Und das ist für jemanden, der jetzt gerne mal total chaotisch ist in seiner Praxis, total Hölle. Katastrophe. Ich kann damit auch einfach generell nichts anfangen. Also das sind Bezugssysteme, Worte, Denkweisen, mit denen ich genau nicht viel anfange. Also kein Bezug, gar keinen. Okay, wir reden heute, weil du bist, wir haben es schon gehört, Chaos-Magier und ich auch. Also ich bezeichne mich immer als Hexe der Chaos-Magie, weil ich mich nicht als Magier bezeichne. Obwohl das eigentlich ist gehopst wie gesprungen. Und Geo, ja, bezeichnet sich unter anderem auch als Chaos-Mensch-Magier. Als Chaos-Mensch, der sich nicht entscheiden kann, ob Hexe oder Magier. Irgendwas dazwischen. Wir hatten ja diesen coolen Talk mit Bernhard, wo wir über die Unterschiede zwischen Hexen und Magier geredet haben und wir gemerkt haben, es gibt gar keine so krassen Unterschiede. Also die Hexen sind mehr so diese verträumte Fehn-Version der Magier, aber ansonsten... Ja, oder umgekehrt. Die Magier, die Hirnwichser unter den Hexen. Das ist halt ein bisschen im westlichen Sinne... Hat es ein bisschen eine andere Entstehungsgeschichte oder eine andere Deutung, aber ja, das ist am Ende des Tages ziemlich wurscht. In anderen Kulturen ist es ein bisschen anders. Also da ist das Hexentum oder Witchcraft oder Witches-Stiruses schon konkret belegt oder betrifft spezielle Dinge oder ist eine allgemeine Umschreibung für alles Mögliche. Paranormale, Ufos, alles die Witches. Also das ist nicht nur die Person, die magisch zaubert, sondern das sind auch irgendwelche übernatürlichen Wesen und Co. Also das ist dann in jeder Kultur wieder ein bisschen anders. Aber ja, im westlichen Sinne gibt es da nicht super viel Unterscheidung in Wahrheit. Auch wenn es viele gerne wollen und krampfhaft Unterscheidungen treffen. Eher, eher unnötig meiner Meinung nach. Ja. Meine erste Frage wäre quasi, wie definiert ihr für euch Chaos-Magie? Ähm, ich definiere es gar nicht erstmal, ähm, weil, also Chaos-Magie an sich ist ja keine spezielle Technik der Magie oder keine spezielle Tradition oder sowas, sondern ein Überbegriff. So ein, es hat eine Uridee der Chaos-Magie, das ist, möglicherweise gibt es keine absolute Wahrheit. Das war eine der Urideen, als die Leute, vielleicht können wir über die Geschichte reden, falls das dann wichtig ist oder so fürs Verständnis, aber, aber so die ersten, die ersten Leute, die sich zusammengesetzt haben und die Vorläufe der Chaos-Magie waren, die waren halt mit der aktuellen Situation in der damaligen Zeit, also so in den 70er Jahren, unzufrieden mit der okkulten Szene in England vor allem. Und da gab es halt viele Logen und Gruppierungen in den letzten 100, 200 Jahren. Es gab den OTO, den Golden Dawn, die Fraterne des Saturni und wie sie alle heißen und die Theosophische Gesellschaft. Und die haben sich halt, die waren halt teilweise sehr hochtrabend, sehr, es gibt den Gurumeister oben an der Spitze und der hat die absolute Wahrheit und der verkündet, also das haben sich halt über die Jahrzehnte, haben sie sich zerstritten, abgespalten und es haben sich halt oft zu Sektenähnliche Strukturen entwickelt in einigen Gruppierungen. Und da waren wir dann irgendwie Mitglied in einem, in einem Orden und wollten eigentlich praktische Magie machen, aber man war irgendwie die ganze Zeit mit, mit Vereinsmeierei beschäftigt und mit, mit Streitigkeiten und Ego-Kram. Und da gab es halt dann in den 70er Jahren viele Leute, die gesagt haben, ja, wir kommen aus dem Telema oder aus unterschiedlichen Strömungen, aus dem Wicker und Co. Und uns interessiert praktische Magie. Magie muss irgendwie für den normalsterblichen Menschen zugänglich sein. Also muss, ich meine, das war so England der 70er Jahre, so die aufkommende Punkbewegung, so das Anti-Establishment, Arbeiterklasse, da ist die Chaosmagie so entstanden. Was hilft, dass der Hausfrau, der allein entziehenden Mutter oder der Ehemann nicht den Lohn versäuft, wenn die ihre drei Kinder durchkriegen muss? Was hilft das, der, wenn da irgendwie der Obermatz auf dem Thron sitzt und die Botschaften aus der 37. Lichtdimension channelt oder so? Das interessiert, also mag sein, dass das interessiert, aber es hilft sie nicht weiter im Leben. Und wir wollen Magie machen, die Menschen hilft oder die zugänglich ist, die Ergebnisse liefert. Und das war so das Setting der Leute, die sich zusammengefunden haben, aus unterschiedlichen Traditionen, die ihre unterschiedlichen Traditionen natürlich ein bisschen mitgebracht haben, die verglichen haben, die ausprobiert haben, die experimentiert haben. Und da war so das Grundsetting war halt, wenn wir, also ich verkürze es jetzt natürlich, aber die Grundidee war, wenn wir eines sicher sagen können über die Menschheit, dann, dass wir die meiste Zeit falsch liegen in unseren Annahmen. Ja, also wenn man so über die Menschheitsgeschichte schaut, wir haben selten, also wir haben mehr Unrecht, als wir Recht haben über, wir haben mal geglaubt, die Erde ist eine Scheibe, wenn wir das manchmal immer noch tun, wir haben geglaubt, der Mensch kann niemals fliegen oder, also im Sinn von, der Mensch kann sich niemals schneller als 30 kmh bewegen, weil sonst explodiert er und solche Dinge. Also wenn wir draufgekommen, dass es irgendwie vieles davon ist ein Bullshit, aber das sind ganz tiefe Glaubenssätze in uns gewesen oder ganz tiefe Überzeugungen oder dieser ganze religiöse Wahn über die Jahrhunderte. Wir liegen doch meistens falsch, also ist es doch gut und notwendig, im Leben flexibel zu bleiben, im Denken, in seinen Überzeugungen, in seinen Ideologien und Glaubenssätzen und Ideen und Überzeugungen. Das muss doch auch in der Magie ein sinnvoller Ansatz sein, so frei von Dogmen, damit sich keine sektenähnlichen Strukturen ergeben, damit man flexibel auf Sachen reagieren kann und nicht in Glaubensstrukturen, die halt mehr oder weniger Religionsersatz werden könnten, die die Freiheit der Magie einschränken und zu viele Regeln, zu viele, der Priester sagt dir, wie es geht oder so. Und das war so die Grundidee, dass man gesagt hat, die Kurzfassung, möglicherweise gibt es keine absolute Wahrheit, ist die Grundmaxime der Chaosmagie. Also wenn du sagst, ja, möglicherweise gibt es keine absolute Wahrheit, ich möchte frei von Dogmen sein, dann ist das die eine Urede der Chaosmagie. Chaosmagie hat aber dann schon auch ein paar konkretere Annahmen oder ein paar konkretere, nicht Vorgaben, aber Ideen gehabt. Zum Beispiel Chaosmagie ist sehr ergebnisorientiert. Also wenn du für einen Job zauberst und du bekommst den Job nicht, warum nicht? Also Chaosmagie zielt darauf ab, dass du möglichst wenig Ausreden findest. Es gibt in der Chaosmagie keine Autorität, die dir sagt, dass das, was du machst, richtig oder falsch ist, außer dir selbst. Genau. Außer das Ziel, hast du das Ziel erreicht oder nicht. Das ist keine Schande, wenn du es nicht erreicht hast, aber du musst nur vor dir selbst deine Taten rechtfertigen. Aber wenn du ein Ziel erreichen willst und es nicht erreichst, musst auch du der sein, der dich selbst korrigiert und sagt, ich muss da ehrlich sein. Und ja, die Götter wollten nicht, dass ich einen neuen Job bekomme. Das ist wahrscheinlich eine faule Ausrede. Heißt nicht, dass deine Magie nicht funktioniert hat. Vielleicht hast du in, wir haben momentan eine mega Wirtschaftskrise. Momentan einen Job finden ist nicht einfach, auch wenn du gut zaubern kannst. Das ist keine Schande, dass du da scheiterst unter Anführungszeichen, aber du musst zumindest ehrlich schauen, hat die Magie nicht funktioniert oder liegt es einfach vielleicht daran, dass ich meinen Lebenslauf überarbeiten sollte, bevor ich den Göttern die Schuld gebe. Also da ist Chaosmagie sehr pragmatisch und zielorientiert und sie sagt zwar, du kannst machen, was du willst. Kombinier, experimentier wild herum, wenn du Bock drauf hast. Aber, und das geht manchmal ein bisschen unter in der Chaosmagie, in der moderneren, so es gibt keine Regeln. Ja, es gibt keine Regeln, aber es gibt keine Regeln. Deswegen, du solltest nur vorher eine halbwegs fundierte Ausbildung gemacht haben. Also du solltest Grundskills gelernt haben, weil sonst ist das so, wie wenn du einen vollkommenen Laien in eine Küche hineinstellst mit 100 Zutaten und jetzt von dem erwartest, dass der was kocht, das essbar ist. Das wird nicht passieren. Wenn du keine Ahnung vom Kochen hast, bist du mit 100 Zutaten überfordert. Wenn du aber weißt, was du ungefähr tust, wenn du weißt, wie man Zwiebeln anschwitzt und wenn du weißt, dass wenn man Paprika zu lang, Paprikapulver zu lang anröstet, dann wird das bitter. Wenn du so ein paar Grundskills hast, dann kannst du spontan aus unterschiedlichen Zutaten irgendwas kochen, das zumindest halbwegs noch irgendwas schmeckt. Sinnbildlich natürlich. Und also die Chaos magiert schon in Anspruch, mach, was du willst, experimentier rum, aber mach das mit Sinn und Verstand und lern die notwendigen Skills, die es braucht. Also komm mit einer spontanen Idee, misch von mir aus Runen mit der Kabbalah, wenn das für dich in dem Moment sinnvoll erscheint. Aber du solltest ungefähr wissen, was du da eigentlich machst. Und du solltest halt in dem Moment die notwendigen Skills haben, zu sagen, es braucht vielleicht noch ein bisschen was von dem und irgendwas kann man, ist das stimmig, das zu kombinieren. So wie ein Koch halt auch kombiniert, sondern es braucht noch ein bisschen Salz. Naja, es braucht noch irgendwas anderes. Also das ist dann so ein, aber dafür braucht man schon einen gewissen Skill, um bunt kombinieren zu können. Die moderne Chaos magie sieht das oft so ein bisschen verwässert. Es gibt keine Regeln, mach, was du willst, du nennst Chaos magie. Kann man auch so sehen. Das ist eine legitime Sichtweise. Es ist halt nicht die, klassische Sichtweise im ursprünglichen Sinne, was mit Chaos magie gemeint war. Und dann gibt es zwei Grundideen noch. Das eine ist der Glaube als magisches Tool. Das ist schon ein sehr im ursprünglichen Sinne definierender Faktor in der Chaos magie, dass du sehr viel mit deinem eigenen Glauben arbeitest, also mit Glaubenssätzen, mit dem Wechsel von Glaubenssystemen oder so. Ich glaube halt, wenn ich ein christliches Ritual mache, dann glaube ich in dem Moment an Jesus Christus von mir aus und an irgendeinen Gott im Himmel und kann auch das Vaterunser beten und bin in dem Moment vollkommen überzeugt, dass das jetzt eine sinnvolle Aktion ist und dass es das so gibt. Und einen Tag, eine Woche, drei Jahre später lege ich dieses Glaubenssystem wieder ab und ersetze es durch, jetzt bin ich halt Buddhist und mache ein buddhistisches Ritual oder gehe in ein buddhistisches Kloster oder ich gehe jetzt in den Dschungel und zu Santo Daime und nehme jetzt Ayahuasca oder sowas. Also der Glaube als Tool in der Magie, der sehr austauschbar ist. Es gibt keine Regeln, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern das sind unterschiedliche Glaubensideen, die man austauschen kann und für sich nutzen kann. Und der zweite Pfeiler ist die Gnosis, also die magische Trance, ganz einfach gesagt. Also die Idee, dass man in Trance-Zustände geht, in veränderte Bewusstseinszustände, aus denen man heraus unter anderem mit dem Glauben herumspielt und aus dem heraus Magie wirkt. Und da gibt es halt, also Chaos-Magie hat einen sehr, hat einen Fokus auf magische Techniken. Lerne verschiedene Arten in Trance zu gehen, zum Beispiel, ja. Da gibt es sehr viele verschiedene Arten von Trance. Es gibt ekstatische Trance, es gibt Dämpfungs-Trance und so dieses Bewusstsein oder alternative oder wie sagt man da, veränderte Bewusstseinszustände so quasi auf Kommando herbeiführen können. Und je nach Bedarf, was halt die magische Operation gerade braucht. Das sind so die Grundideen der Chaos-Magie in ihrer ursprünglichen Form. die hat sich dann über die Zeit ein bisschen verändert. Manchmal verwässert, manchmal, also es gab, das waren so die Ersten in England. Da hat sich dann später der IOT, der Magische Pakt der Illuminaten von Tanateros gegründet. Das ist so die klassische, der Chaos-Magische Orden, der Internationale, den man kennt. Der hat die Chaos-Magie sehr stark geprägt. Es gab aber auch noch Parallel-Strukturen. Es gab den Temple of Psychic Youth zum Beispiel rund um Genesis P. Orich. Die haben auch Chaos-Magische rum experimentiert, aber halt auf andere Arten. Dann gab es vor allem Grant Morrison, den ich vorher schon erzählt habe. Der war ein sehr großer, berühmter Comic-Autor, der bei Vertigo und DC sehr viel gemacht hat. Der war in den 90er Jahren sehr stark aktiv in der Chaos-Magie aus England heraus sehr stark geprägt. Und der hat Chaos-Magie, seine eigenen Versionen der Chaos-Magie sehr stark popkulturell geprägt. Und das waren so die großen Einflüsse. Und über das haben sich die Dinge dann verbreitet. In Amerika gab es diese ganze Counter-Culture in den 70er Jahren rund um Robert Anton Wilson, der dann später auch kurz Mitglied im IOT war und da so Schnittmengen hatte und so Chaos-Magische Ideen mit Psychedelik, mit diskordischen Ideen verwoben hat und mit seiner Illuminatus-Trilogie, die er vorher veröffentlicht hatte. Und so, da gab es viele verschiedene Strömungen, die sich dann einfach in die Welt verbreitet haben. Und deswegen kann man heute im Jahr 2022 kaum sagen, was jetzt Chaos-Magie speziell ist eigentlich, weil es einfach unterschiedliche Ausprägungen hat und Deutungen. Und ich würde jetzt nicht mich trauen zu sagen, du bist jetzt Chaos-Magier oder nicht, weil das geht mich nichts an. Ich kann sagen, was ich unter Chaos-Magie verstehe, was ich nicht mehr so ganz als Chaos-Magie ansehe, aber das ist meine persönliche Meinung. Und ich spreche halt in erster Linie auch einfach so, wie ich Chaos-Magie verstehe oder die Leute in meinem Umfeld oder wie man es historisch gesehen hat. Aber wie das einzelne Leute für sich definieren, steht mir gar nicht so zu beurteilen. Ich hatte auch eigentlich nur nach deiner Definition gefragt. Du hast es eine schöne Lektion gegeben, das ist auch gut. Also ich finde es ganz witzig, weil du hast Beispiele genannt, die bei mir so vorgekommen sind. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mich wieder entschieden, Vollzeitarbeiten zu gehen, habe mir was angeguckt, habe für einen bestimmten Job, wo ich dachte, dass er exakt meine Kriterien erfüllt, ein Ritual gemacht, habe einen anderen bekommen, der exakt meine Kriterien erfüllt und das innerhalb von zwei Wochen hatte ich den Arbeitsvertrag unterschrieben und angefangen. Das ging extrem schnell. Gratuliere. Das mögen Chaos-Magier sehr gerne, denn Chaos-Magier sind auch ungeduldig meistens. Ja. So viel zu Klischees, die man erfüllt. Und ich habe letztes Jahr einfach gedacht, mal mit Psalmen arbeiten, bist zwar kein Christ, aber habe ich das gemacht, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber es ist nicht mein Ding, ich wollte es nochmal ausprobieren. Ich bin mehr so Fan davon, meinen persönlichen neuen Weg in altes System zu finden, das ist der Reiz für mich. Also ich mag nicht so gerne alte vorgegebene Systeme, sondern ich mache dann lieber mein eigenes Ding draus irgendwie. Geum? Genau, das ist es ja. Im Grunde genommen, es hat für mich Chaos-Magisch zu arbeiten, das ist für mich eine gewisse Freiheit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein gewisses Ziel habe, dann schaue ich in diesem Moment, was harmonisiert. sind es Runen, sind es Ormen, ist es eine bestimmte Gottheit aus irgendeinem Pantheon und es muss einfach in diesem Moment harmonisieren und da möchte ich mich einfach jetzt keine Grenzen setzen. Du hast es ganz gut verglichen, wie beim Kochen oder in einem Chor. Klar, du kannst dir vorstellen, weiß ich, ein Klavier und eine E-Gitarre zusammenzupacken, aber das muss auch irgendwie erstmal harmonisiert werden, damit es wirklich passt. Und das bedeutet es im Grunde für mich. Gucken, ich habe ein Ziel, ich weiß es, wie kann ich das mit den vorhandenen Energien harmonisieren oder wie leite ich die Energien? Weil im Grunde genommen ist es einfach eine Grundenergie, also eine Energie, es sind einfach Energien, die betrachte ich nur als Energien. Ich entscheide mich in dem Moment nur, wie leite ich sie. Und genau wie du, Bella, gesagt hast, es ist auch die alten Thematiken, sind super interessant, keine Frage, aber es ist immer so ein direkten Schalter im Kopf, okay, alles klar, cool, wie kann ich es für mich weiterentwickeln oder wie kann ich es für mich irgendwie anpassen, dass es zwar klar und wahrscheinlich Ähnlichkeiten hat, aber einfach für mich nur stimmig ist, mein eigenes System oder meine eigene Methode. Und das ist einfach eine gewisse Freiheit einfach. Aber eben, also gerade in der Chaos-Magie hast du halt grundsätzlich jede Freiheit. Du kannst es so machen, du kannst auch einen ganz, also das schließt sich zum Beispiel nicht aus, dass du Chaos-Magier bist und 20 Jahre im Dschungel eine Ausbildung bei irgendeinem Maior Askerum machst. Also du kannst auch für viele, viele Jahre einen bestimmten traditionellen Weg gehen, aus einer chaos-magischen Perspektive, aber dann trotzdem alte Systeme verwenden oder zeremonial magisch arbeiten oder eben in ein Kloster gehen oder sowas. Also das widerspricht sich nicht automatisch und Chaos-Magie erfordert nicht zwingend, dass du die ganze Zeit alles neu erfindest und das Rad neu erfindest und immer alles anders machen musst. Aber du kannst halt oder du darfst oder du hast die Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist halt das Schöne an der Chaos-Magie, dass man sich überall ein bisschen bedienen kann und dass man je nach Lebensabschnitt, ich habe Lebensabschnitte gehabt, wo es mir auch so ging, wo ich einfach wahllos Wildes experimentiert habe. Und dann gibt es Phasen, wo ich zwei, drei Jahre einen ganz speziellen Weg gehe oder eine ganz bestimmte Praxis mache oder auch dann von mir aus auch mal mit christlichen Heiligen zaubere über einen längeren Zeitraum, obwohl ich auch mit dem Christentum ja noch nichts anfangen kann, aber halt auch seinen magischen Wert. Also das ist jetzt durchaus ein potentes, magisches System, auch wenn ich die organisierte Religion dahinter scheiße finde. Das hat spannende Aspekte und das mache ich dann teilweise auch einfach, um für mich über Grenzen zu gehen. Sondern wenn ich merke, ich habe da einen Widerstand und ich habe keinen Bock auf den Scheiß, dann lehne ich es halt entweder wirklich ab oder ich mache es dann erst recht. Und dann sage ich, warum habe ich keinen Bock auf den Scheiß? Und dann setze ich halt mal in eine christliche Messe und jetzt lass dich mal darauf ein und sei nicht einfach nur diesen alle doof, sondern versuch zu verstehen, warum wir das so machen. Kannst du für dich was rausziehen? Und dann ist es halt manchmal so ein, nein, es ist einfach ein Scheiß. Oder sagen, ja, aber der Aspekt hat mir dann doch, oder das habe ich so noch nie gesehen, war spannend. Das finde ich dann immer sehr bereichernd. Ich finde es halt auch voll geil für faule Menschen. Und da hast du halt recht. Also ich bin so fucking faul, das glaubt man nicht wirklich. Also der geringste Weg ist immer der beste. Und da hast du recht, da braucht man Skills. Um faul zu sein, braucht man Skills. Das muss man sich leisten können. Ja, ne? Schon irgendwie. Das heißt also, ich möchte nicht vorher noch checken, ist es in der und der, wie heißt das jetzt, mir fehlt das Wort, ist es egal, Tradition so richtig oder so, sondern nein, ich möchte gucken, keine Ahnung, ich nehme diesen Zimt und ich rieche von mir aus dran oder so und ich entscheide aufs Bauchgefühl, wofür der jetzt gerade für mich steht. Und wenn es für mich stimmig ist und meine Intuition sagt, go for it, dann mache ich es einfach. Und das ist so das Ding, wo ich vielleicht richtig viele junge Menschen, die sich zu mir wenden und die ich unterrichte, komplett versauere eventuell, aber ich sage ihnen immer, vertraut auf eure Intuition. Ich sage ihnen zwar, wie es so traditionell geht, aber ich sage mal, hey, wenn das für dich anders ist, dann ist es auch total cool, weil du musst damit arbeiten. Also es hilft dir nichts, wenn Annegret aus Sachsen dir sagt, nein, das darf nur so gemacht werden. Auf dem abgesehen, das ist super anstrengend, sich die traditionelle Bedeutung von den 8000. Kraut zu merken. Das ist wiederum gar nicht so meins. Deswegen genieße ich es einfach wirklich. Gucken, oh ja, heute nehme ich Zimt für das. Das ist passend einfach für mich und nicht, weil irgendein Typ vor 3000 Jahren gesagt hat, nee, Zimt ist für das. In dieser Steckbriefliste. Vor allem die gibt es ja auch nicht, diese Traditionen. Das ist ja in jeder Hexentradition wieder was anderes oder in jedem Grimoire steht dann eine andere Zuordnung. Also so einfach, diese allgemeinen Dinge gibt es eh nicht. Es ist natürlich wichtig, dass man die Intuition auch schult, dass man auch über seine eigenen Biose sich informiert. Also dass man auch einfach, weil Intuition kann halt auch der innere Schweinehund sein oder kann die innere, oder die Intuition kann sich halt auch irren, wenn man sie nicht trainiert hat. Also das ist jetzt, die Intuition führt uns oft dazu, dass wir dumme Dinge tun, weil wir halt Ängste vermischen mit Erfahrungen, mit Traumata, mit Erwartungshaltungen und das ist dann irgendwie ein Bauchgefühl und wir haben halt nicht wirklich gelernt, Intuition und Bauchgefühl zu unterscheiden. Oder manchmal ist die Intuition ein, hier hört die Komfortgrenze auf. Dahinter ist nicht mehr die Komfortgrenze, sondern die Panikzone, aber in der Panikzone ist nicht automatisch eine Gefahr. Da kann auch geile neue Herausforderungen sein oder halt wirklich schlimme Dinge. Manchmal hält uns unsere Komfortzone halt warm und manchmal hält sie uns in toxischen Mustern gefangen, die uns aber vertraut sind und für die wir Coping-Strategien haben und deswegen sind wir lieber in toxischen Mustern gefangen, weil uns das weniger bedrohlich erscheint als das Fremde da draußen, wo aber die Freiheit liegt potenziell oder die Heilung. Also Intuition muss man potenziell dann auch über die Jahre schulen und das ist dann eben der Ansatz, wo man sagt, hör auf deine Intuition, aber dann schau, ob auch das rauskommt, was deine Intuition dir gesagt hat. Und nach deiner Schattenarbeit. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Es ist meistens Abfakt pur, aber es ist sau wichtig für eure magische Entwicklung. Weil wie oft, ein ganz extremes Beispiel, wie oft hat man toxische Beziehungsmuster, wo der Mann die Frau, muss ja nicht mal aktive physische Gewalt sein, aber wo der Mann die Frau verprügelt und die Frau irgendwie daran glaubt, den Mann retten zu können oder so einer wenigstens, erschießt er mich nicht so nach dem Motto. Und dann geht man vielleicht irgendwann aus der einen Beziehung raus und kippt in die nächste Beziehung rein, wo sich dieselben Muster wiederholen. Das sind halt echt schwierige Dinge und die Psyche ist da wirklich ein Hund und unsere Traumata und unsere Prägungen in der Kindheit und unsere Ängste und da kann viel Scheiß rauskommen und das ist anstrengend und mühsam. Und es gibt viele Traditionen, die quasi fast zwingend voraussetzen, dass du begleitend zu einer Magieausbildung eine Therapie besuchst, um deinen Scheiß aufzuarbeiten. Muss nicht mit einem Therapeuten sein, aber etwas Vergleichbares wie ein therapeutischer Prozess durchlaufen. wird oder betreut wird. Das muss man nicht immer so eng sehen, aber das hat schon seine Gründe, warum das in einigen Traditionen so gemacht wird. Und das Problem ist halt auch, manchmal stehst du dann halt irgendwann in einem Ritual und da kommen dann plötzlich Traumata hoch, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hattest. Also wenn du in irgendeiner Gruppenarbeit bist, wo die Menschen nackt sind, weil das halt ein Ritual ist, wo Menschen nackt sind und dann fangen zwei Menschen zum Vögeln an, dann kann das plötzlich eine dramatische Erfahrung aufreißen, weil du irgendwie ein sexuelles Trauma hast, von dem du gar nichts wusstest. Ja, zum Beispiel jetzt ein blödes, ich weiß nicht, ob der Podcast hier... Nee, ist über 18. Alles gut. Jetzt ist ja drauf eh gelutscht. Aber nee. Ich weiß nicht, wann heute die Jugendlichen Sex haben, wahrscheinlich eh schon. Wobei das auch früher auch schon so. Nein, das wäre ich schon so. Aber du weißt teilweise gar nicht, was dich, was ein Trauma oder Triggern kann oder eine Retraumatisierung auslösen kann. Du weißt nur, es gibt manchmal Settings, die das begünstigen und gerade sexuelle Geschichten, gerade okkulte Themen aus irgendwelchen Gründen. Diese Pseudo- oder vermeintlich okkulten Settings oder so diese Optik, so Kerzenschein, Menschen in Roben, Dunkelheit. Das hat halt oft so Urängste oder so Horrorfilm-Assoziationen rein gar nicht absichtlich, aber da kommen dann plötzlich die Angst vorm Teufel hoch, die du als dreijähriges Kind irgendwo in der Kirche gehört hast, im Schulunterricht oder im Kindergarten oder weil du irgendwie einen schlechten Film gesehen hast und plötzlich kommen diese Sachen hoch. Und dann bist du in einem intensiven Ritual und dann wird da noch Energie ordentlich reingeballert und dann blasst sich das halt auf und kann schnell um die Ohren fliegen. Das sind tatsächlich Probleme, die kommen können. Ihr dürft auch nicht vergessen, es gibt auch immer noch Traumata, die so in eurer Ahnenlinie auch mal beherbergt sind oder so. Also wir hatten das erst vor kurzem, letztes Jahr, ist für mich vor kurzem, da haben wir Aufstellungen gemacht und einer hat gedacht, sie hat ein großes Problem mit ihrer Mutter. Es kam aber raus, es war nicht ihre Mutter, sondern der Mann ihrer Großmutter war das eigentliche Problem. Das war so mindblowing in dem Moment, dass ihre Mutter auch ein Opfer war und gar nicht so groß, was dafür konnte, wie sie war, sondern dass sie selber so gelitten hat, dass sie vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit hatte in ihren Strukturen quasi. So Traumata werden oft weitergereicht. Das ist das typische Beispiel, irgendwie Missbrauchsopfer, die dann halt auch manchmal dann zu Tätern werden, das man ja leider kennt oft. Also da ist so viel Scheiß einfach möglich oder da oder so im Verborgenen oft. Gott sei Dank eh nicht immer und überall und so weiter. Also wir reden jetzt schon von extremeren Fällen, aber die können halt auch passieren. Und je nachdem, welche Magierichtungen man praktiziert oder an welche Dinge man sich dann heranwagt oder ob man das in Gruppensettings macht oder im kleinen Freundeskreis oder für sich alleine, gibt es andere Herausforderungen, andere Probleme, aber auch andere Möglichkeiten, andere Gefahren und Risiken und coole Sachen. Ich komme halt eben aus der Chaos-Magie sehr aus dem Gruppensetting. Also da habe ich halt sehr viel Erfahrung mit vielen Menschen Rituale zu machen und mit im Peer-Group-Vergleich. Also ich bin jetzt nicht so der Allein-Praktiker, also ich praktiziere sehr viel für mich alleine, aber eben eingebettet in einem, also ich bin seit vielen, vielen Jahren Mitglied im IOT zum Beispiel. Das ist so eine Sache, in der ich sehr viel mich engagiere und sehr viel Magie betreibe auch, aber nicht nur. Ich bin auch in anderen, also in Kleingruppen, privaten Netzwerken und so weiter unterwegs. Ich praktiziere viel für mich alleine, aber sehr eingebettet in Gruppenrituale und Gruppenerfahrungen. Habe ich tatsächlich letztes Jahr auch sehr, oder dieses Jahr glaube ich sogar, sehr viel mich mit beschäftigt, mit dem IOT und habe überlegt, aber letztendlich habe ich mich dann erst mal dagegen entschieden. Aber ja, ich habe so hexische Sachen, mache ich sehr viel in Gruppen, aber jetzt nicht speziell Chaos-Magie, was vielleicht ein ganz krasses Erlebnis war für uns, Geo. Wir hatten im Sommer ein Treffen, mit 25 waren wir, glaube ich, 25 Hexen. Wir haben auch Kreis gezogen und alles, haben eine Träne-Rituale gemacht und wir hatten ein Ritual, das ist eigentlich, also es kann sehr krass sein, muss es aber nicht für jeden, das kommt ja auch immer auf deine Situation an, haben wir ja gerade schon drüber geredet, dir werden die Hände so locker verbunden, jedem Einzelnen und dann... Das ist genau so eine Situation, ja. Das war jetzt nicht sein, aber ja, es symbolisiert quasi dieses Gefesseltsein im Leben, ja, und dann wirst du über den Kopf, über den Hals des Nächsten halt und dann wird so eine Kette gebildet und dann wird der Erste, wird angefangen zu schwenken, alle haben die Augen geschlossen oder verbunden und du bist in dem Moment so hilflos, weil du eben in dieser Kette bist und die meisten haben es gut weggesteckt, wir hatten eine Teilnehmerin, die hat wirklich, am Ende werden dann die Ketten zerrissen und es wird auch dabei was vorgetragen und so weiter und dann befreit euch so, löst euch jetzt von den Ketten, sprengt sie so nach dem Motto und sie hat wirklich geschrien, sie hat hyperventiliert, ich habe wirklich gedacht, sie kippt mir um gleich, aber sie hat gesagt, es war für sie so augenöffnend in diesem Moment, sie hat alles wiedergespiegelt bekommen, was in ihrem Leben gerade komplett schief läuft und hat sich so aufgestaut während des Schunkelns und das ist so, das kann man alleine nicht, also selten, sagen wir es mal so, es gibt vielleicht Situationen, wenn man in Trance ist oder so, aber prinzipiell in Gruppen ist es immer noch mal was komplett anderes und ja. Ja, vor allem hier, jetzt bei dem Beispiel, das ist ja auch sehr extrem mit den Händen leicht feststellen, Augen schließen, die Kontrolle komplett abgeben, das löst ja alles Mögliche aus bei den meisten Menschen, Kontrollverlust ist ja so eine Sache und wie du schon sagst, das ist ja in der Gruppe, ist halt einfach zu realisieren in dem Moment und was auszulösen, alleine Kontrollverlust, ja. Und eben, also da braucht es dann auch echt so eine Art Safe Space auf eine gewisse Art und Weise, Vertrauen in die Leute, weil da kann auch viel Scheiß passieren, also gerade in so Sektenstrukturen, die arbeiten ja oft mit ähnlichen Dingen, aber da wird es dann halt immer in den missbräuchlichen Kontext, also in Richtung Guru und so weiter gelenkt oder Abhängigkeiten hineinprojiziert und so weiter und da arbeitet man genauso mit diesen quasi Gehirnwäsche-Methoden, also mit Methoden, die man zur Gehirnwäsche auch verwenden könnte oder zur Retraumatisierung von Menschen und da ist es schon wichtig, dass man in die Gruppe Vertrauen hat und dass die Gruppe das auch handeln kann, aber ja, natürlich ist es ein Riesenunterschied, also das klassische Chaos-Magische Ritual, also wenn es eines gibt, dann ist es die Messe, die Chaos-Messe B, also die Messe Baphomet, das ist einfach das IOT-Ritual, schlechthin, also wenn, wir haben gar keine Tradition, aber das ist das eine Ritual, das seit den 80er-Jahren quasi durchgehend praktiziert wird und wenn du halt mal Baphomet mit, ich weiß nicht, 50 Leuten beschwörst, wildes Getrommel über Stunden und also das ist, kannst du nicht vergleichen mit, du machst es zu einem im Wohnzimmer alleine oder zu zweit, ist nicht besser oder schlechter, sind einfach völlig andere Arten von Erfahrungen, du kannst das auch für dich im Kopf machen und drüber meditieren und eine Art Trance-Reise dazu machen, aber 50 Leute mit Trommeln ist dann trotzdem was anderes, nackt durch die Gegend hupfen und schreien und sonst was, macht andere Erfahrungen möglich. Haben wir auch gemacht bei dem Treffen, jetzt nicht nackt, aber sehr viele Leute haben im Kreis getrommelt und geschrien und was ich wirklich krass fand, also das kann man, könnt ihr euch vielleicht so vorstellen, wir hatten auch viele, die sonst nur alleine ausschließlich praktizieren und es gab wirklich von den 25, vielleicht 8 bis 10 Leute, die schon beim Kreis ziehen angefangen zu heulen haben, weil diese Energie, sie so, ja, mir fällt gerade nur das englische Wort overwärmt so über, wie sagt man das auf Deutsch? So kommen, es überrollt, überwältigter. Überwältigt, genau, das war, fand ich sehr süß, muss ich sagen, ich habe jetzt schon öfter ritual gemacht, aber, ja, genau. Wie sieht es aus, kennst du die DKMU? Wen? Ich habe es akustisch geklärt. DKMU, also D-K-M-U, ne, das ist, DKMU ist das ein kaos-magischer Zirkel auch, die haben da eine, haben da so Götter gebaut, quasi, in ihrem Zirkel, neue Götter und haben dann so ein Siegel erstellt und das überall an öffentlichen Plätzen quasi angebracht, damit, was weiß ich, Berlin, hier Brandenburger Tor oder was weiß ich was und so weiter und so fort auf der ganzen Welt und dann damit versucht, das so aufzuladen und die zu erwecken, total spannend. Das ist so unser Ding, das haben wir gedacht, so, ja, wir haben das angereist, die erste Torwächterin und haben gedacht, ja, ist ganz geil, aber machen wir in einer deutschen Variante und es ist der Hammer, wie sich das verselbstständigt hat, weil mittlerweile arbeiten komplett fremde Personen mit diesen Göttern, die keine Beführungspunkte vorher damit hatten, die kommen hin, man muss so ein Namensritual machen, man nimmt das so, dass man einen extra Namen für dieses Projekt hat und man macht dann immer Fläschchen und die kann man auch zerstören, um sich mit denen zu verbinden und wenn man dann halt nicht mehr in dieses System eingebunden werden sein möchte, dann kann man das Fläschchen zerstören und den Namen ablegen, weil die entwickeln sich weiter, also je nach, klar, es sind ja quasi Golems oder sind, wie sagt man, ich kann halt wirklich in Deutsch Servitoren zum Beispiel oder so. Und dementsprechend je mehr Leute sich da einklicken mit ihrer Energie entwickeln die sich auch noch, deshalb weiß man ja nicht so richtig, in welche Richtung es letztendlich geht, aber das ist der Hammer, was wir da für Erfahrungen gemacht haben, hast du, du hast glaube ich mal so einen Katergott beschworen, ne? Ein Katergott? Ne? Also für verkatert sein? Ja, Ich war leider nicht dabei, ich bin angereist an dem Tag, als das Ritual passiert ist und ich bin zu spät gekommen, der Bernhard war dabei, also das war ein Ritual, wo ich glaube der Oh God of Hangovers beschworen wurde, so aus einer spontanen Idee, also der Gott, der für, der lebt dafür, dass er den ganzen Kater, also nach dem Saufen quasi, den Saufkater, von all den Menschen bekommt, die ihm das opfern, also der ist quasi, der liebt es, den Kater zu haben, sozusagen und alle haben ihm den Kater geopfert. Du hast es verpasst? Ich habe es super verpasst, ja. Das war eines der wichtigsten Rituale der Menschen in der Geschichte und ich war nicht dabei. Dass das, ein Christ würde jetzt sagen, ah, Gott wollte das nicht für mich. Ja, genau. Gott wollte, Gott wollte, dass ich weiterleide, das war schon. Nein, aber Bernhard und einige andere Leute aus meinem Freundeskreis, die da teilgenommen haben, haben tatsächlich quasi keinen Kater mehr. Also die können, ich meine, ich will jetzt nicht die Alkohol idealisieren, aber manchmal ist man halt dann trotzdem mittrunken. Und ja, ich bin dann einer der wenigen, die für Kater drum hängen. Ah ja, krass. Hast du schon mal so eine fiktive, also fiktive, es gibt ja auch Chaos-Magier, die arbeiten mit Videospielcharakteren oder sowas? Ja, habe ich schon. Oder Comic-Figuren, was weiß ich. Habe ich schon immer wieder mal probiert. John Constantine zum Beispiel ist so, aus dem DC-Universum war mal eine recht spannende Erfahrung, sehr weird, also sehr eigenartig und mit solchen Sachen habe ich herumprobiert. Ich habe schon probiert, so Servitoren zu erschaffen. Es gibt auch so von Tommy Kelly einem englischen, ich glaube, er ist ihre, also ich glaube, als Engländer darf man ihn dann gar nicht bezeichnen, also ich weiß es nicht. Aber der Tommy Kelly ist, der hat das System der Forty Servants, also der 40 Servitoren oder der 40 Dienstgeister, die Forty Servants entworfen, der genau mit solchen 40 archetypischen Servitoren, Dienstgeistern, die er erschaffen hat in so einer Chaos-Magischen Operation, der sehr große Verbreitung inzwischen gefunden hat in vielen Teilen der Welt, wo viele Leute mit diesen mehr oder weniger fiktiven Spirits oder Wesenheiten arbeiten. Ich habe auch schon einige Sachen ausprobiert, funktioniert gut. Freunde von mir haben damit schon sehr paranormale Phänomene erlebt, also wo dann die, ja, wo dann die, du beschwörst den und in dem Moment siehst du aus dem Augenwinkel, dass er da steht und dann geht die Tür im Schlafzimmer zu, obwohl es nirgends, also schwere Türen, also sehr seltsame Dinge, die dann oft passieren und dann habe ich gesagt, das sind eigentlich nur erfundene Dinge oder was auch immer es in Wahrheit ist, weiß man ja nicht, also das, ob sich dann echte Spirits da hineinsetzen oder ob das Archetypische, ich meine, es gibt zum Beispiel den Saint, der Saint ist sehr stark orientiert an dem christlichen Heiligen, dem Saint Cyprian, dem, das ist sozusagen der Schutzpatron, der Magier, der sehr vermittelt zwischen den Welten, der, also der ist da sehr stark von Saint Cyprian inspiriert, ist das jetzt wirklich Saint Cyprian, ist das dieselbe Energie, ist das ein, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe, ich bin ein Chaos-Magier, mir sind so philosophische Welterklärungsmodelle, keine Ahnung, traue ich mich nicht, also was weiß ich, wie die Welt funktioniert, es ist so absurd, dass ich mir keine Aussagen über die Realität traue zu machen, aber es funktioniert, obwohl es erst mal erfundene Dienstgeister sind oder künstlich Erschaffene, sowas habe ich schon gemacht und das ist generell in der Chaos-Magie sehr stark, also auch wie du dieses Beispiel gebracht hast mit diesen an öffentlichen Stellen, Sigillen irgendwo, also das war gerade so der IOT in den frühen Jahren hat so die Black-Op-Magics also so gemacht, wo sie quasi in der Öffentlichkeit Rituale machen möglichst unauffällig oder so auffällig, dass es schon wieder egal ist, also wenn dann so Halloween irgendwie wie 20 Magier in Roben herumrennen und ein Ritual veranstalten, was halt irgendwie als Halloween-Performance irgendwie durchgeht und dann nicht auffällt oder du stellst dich halt einfach mitten irgendwo in London auf den Trafalgar Square zu zwanzigst und beschwörst irgendwas und kletterst auf diese Säulen dort hoch und springst im Brunnen herum und stellst einfach eine Kamera daneben hin und tust, als würdest du einen Film drehen, also so dieses so in dieser Halböffentlichkeit mit diesen Dingen spielen und dann so mit diesem so ein bisschen diese Anspannung, dieser Adrenalin, man macht etwas, das jetzt vielleicht nicht unbedingt verboten ist, aber auch nicht unbedingt erlaubt oder dass so ein bisschen diesen Reiz, das verboten hat oder dass es entdeckt werden oder so dieses Spiel mit dieser Anspannung oder auch mit diesem so auffällig, unauffällig oder unauffällig, auffällig zu sein und das sind so viele Sachen und eben so Geschichten, wie du da gerade erzählt hast oder Grant Morrison, der hat ja seine Invisibles, diese Comic-Reihe, da geht es sehr viel um Magie und Chaos-Magie und das war nicht so ganz erfolgreich, das ist so ein bisschen, das hat nicht die Verkaufszahlen erreicht, die sie oder Vertigo damals gern gehabt hätte und das war so die Gefahr, dass es eingestellt wird und dann hat er seine ganzen Leser zum sogenannten Wankathon aufgerufen, also so, wir müssen jetzt alle Sigillen erstellen und auch die Sigillen masturbieren und diese gemeinsame geballte Energie, die soll dann quasi die Verkaufszahlen nach oben treiben und es war natürlich einerseits war es ein Publicity-Stunt, der an sich schon die Auflage oder die Bekantheit gesteigert hat, no na, aber er hat es dann fertiggebracht und ist ein relativ erfolgreicher Comic geworden und Grant Morrison überhaupt ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch und ganz großer Name in der Popkultur. Und also solche Sachen sind halt auch typisch für Chaos und Magie manchmal. Genau, das ist auch so ein bisschen das Interessante, also auch diese Thematik mit jetzt Energien oder fiktive Charaktere erschaffen und im Grunde genommen Starthilfe geben und dann gucken, wie sie sich entwickeln und je natürlich mehr Leute damit arbeiten, desto mehr Energie fließen rein. Das ist auch eine kleine, ein sehr, sehr interessantes Experiment, sagen wir es mal so. und vor allem, dass auch immer wieder mit recht wenig Information die gleiche Aspekte immer wahrgenommen werden. Das war auch eine Thematik, die bei uns sehr extrem aufgeschlagen hat, die uns dann im Grunde genommen überzeugt hat, auch weiterzumachen. Wir haben ja am Anfang ein Zielgesetz gehabt von neun Identitäten oder zehn Identitäten und danach haben wir gesagt, komm, wir haben klar noch ein bisschen unser Denken verändert gehabt in der Thematik, irgendwie neu erschaffen ist so eine Sache, aber im Grunde genommen haben wir gesagt, hey, es sind schon existierende Spirits gewesen, wir haben einfach ein neues Kleid und einen neuen Namen gegeben und lassen die im Grunde genommen jetzt los und gucken, wie die Menschen damit arbeiten und das tun die sehr erfolgreich. Also tatsächlich sind es im Mittwoch auch Energien, wo die Leute natürlich auch hauptsächlich mit denen arbeiten, um einfach gewisse Sachen aufzuarbeiten oder wie auch immer. und das ist natürlich wiederum das Interessante, wie entwickelt sich das? Man muss doch sagen, klar, es kann auch in die Hose gehen, aber deswegen haben wir auch Notausgang gelassen, möglichen, aber das reizt mich wiederum, muss ich ehrlich gesagt wieder ein bisschen. Aber eben, ich habe das zum Beispiel in kleineren privaten Zirkeln, wo man dann ganz bewusst eine Entität erschafft, die sozusagen eine Art Egregor, also diesen Gruppengeist repräsentiert und mit dem man dann innerhalb dieser speziellen Gruppe dann interagiert. Das ist sozusagen die verkörperte Personifizierung unseres Gruppengeistes oder unseres Kollektivs in dieser Gruppe mit dieser Mission oder mit diesem Ziel, das wir verfolgen. Und das zum Beispiel, irgendwas anderes wollte ich gerade sagen, aber ist mir runtergefallen. Wird mir wieder einfangen. Wir haben zum Beispiel eine typische Muttergottheit, die ist bei uns ein Mann. Das ist sowas, also du könntest ihn quasi vergleichen mit, keine Ahnung, einer Demeter oder sowas, aber auch noch ein bisschen mehr Spice vielleicht reden, aber trotz allem ist so dieses Feuer und Erde-Gemisch, also er kann zerstören, er hat sehr viel Leidenschaft, aber er gebiert auch und das ist sehr spannend. Wir haben auch teilweise sein, wir sind zu zehn gewesen am Anfang und wir haben dann nur ein Wort, wie zum Beispiel Fortschritt. Und dann gehen wir alle in Trance und treffen uns kurz danach wieder und berichten, was wir gesehen haben. Und das ist, wie er schon sagt, Wahnsinn, wir sehen teilweise exakt das Gleiche und das ist schon spannend, muss ich sagen. Ja, da kann man schon viele coole Sachen machen und ist auch generell, die Problematik ist ja, dass wir, ja, ich habe jetzt so ein bisschen flapsig mit den Worten wie fiktive Charaktere und so um mich geworfen, wir wissen ja gar nicht, wie die Welt funktioniert. Also wir nennen das halt Fantasie oder fiktive Charaktere, wir haben keine Ahnung. Wenn wir nach C.G. Jung gehen, dann wäre das eher umgekehrt. Also da gibt es das Imaginable und das sind nicht wir Menschen haben Ideen, sondern Ideen haben Menschen. Also wir sind einfach nur, wir leben in der Welt von Ideen, wir leben in der Welt von den Göttern oder was auch immer. Das heißt, das, was wir als halt in unserer westlichen Welt als fiktive Geschichten und Fantasie bezeichnen, ist in anderen Kulturen oder in anderen Sichtweisen, in anderen Deutungen durchaus etwas Existentes, nur halt nicht hier physisch sichtbar gerade oder es drückt sich halt dadurch aus, dass wir die Präsenz dieser Energien oder dieser Wesenheiten drückt sich halt dadurch aus, dass wir das in Form von Filmen oder von Geschichten oder von Comics verarbeiten. Aber das ist nur das Symptom sozusagen, ja, also das, aber da stehen schon Wesenheiten dahinter oder Kräfte oder sonstige Sachen, Einflüsse. Also so diese Unterscheidung zwischen hier, das, was wir mit unseren fünf Sinnen erfahren können, ist die physische, echte, reale Welt und alles andere ist fiktiv. Das ist halt westlicher, philosophischer Materialismus. Das sehen viele Kulturen halt nicht so. Und für uns sind Träume, Träume sind ja nur Verarbeitungen vom Unterbewusstsein und Datenmüll. Diese Unterscheidung machen wir halt so für uns, weil wir das so deuten in der westlichen Kultur. In anderen Kulturen ist das nicht so. Sondern die wissen schon, das ist jetzt ein Traum, aber die haben halt, Träume haben halt eine andere Bedeutung. Das ist eine andere Sicht auf dieselbe Realität. Du schaust halt mit deinen inneren Sinnen auf die Realität. Wenn du da vom, ich wohne da gleich in der Nähe vom Wienerwald. Ich kann durch den Wienerwald spazieren oder ich kann vom Wienerwald träumen. Beides ist der Wienerwald, aber auf zwei verschiedenen Ebenen sozusagen. Das wäre eine Deutung in vielen Kulturen. Also da habe ich nicht, ich habe halt vom Wienerwald geträumt, weil ich daran gedacht habe und mein Hirn Fantasiemüll produziert hat, sondern hat das eine spezielle Funktion oder ist eine spezielle Ebene der Realität oder eigene, spezielle Sinne, mit denen ich die Realität auf eine andere Art und Weise erfahren kann. Also ich schlafe halt nicht bewusstlos, sondern ich wandere durch die Welt mit meinen Traumsinnen und dann schaut die Welt halt anders aus und ist eher assoziativ und surreal und fast schon psychedelisch manchmal. Und hier ist die Welt geordnet, weil hier sind die Sinne physisch greifbar, kausale Zusammenhänge, linear. Da gibt es viele verschiedene Deutungen und deswegen, was weiß ich, wenn ich Superman beschwöre, was ich da beschwöre. Das war ja auch in der Chaos-Magie so in den 90er Jahren so der heiße Scheiß. Diese ganzen DC-Superhelden, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, das sind ja sehr inspiriert vom griechischen Pantheon. Flash ist, also Hermes, Merkur zum Beispiel oder Aquaman, Poseidon und Superman ist halt Apollo oder eine, eine inspiriert von Apollo. Und jetzt war halt die Idee jeder Chaos-Magier damals, naja, warum soll ich jetzt den griechischen Gott anrufen, der ein paar tausend Jahre alt ist, zu dem ich überhaupt keinen Bezug habe. Aber ich bin mit Superman-Comics in den 70er Jahren aufgewachsen. Kann ich Superman beschwören und dasselbe Ergebnis bekommen oder ein ähnliches Ergebnis bekommen, als wenn ich Apollo beschwöre? Weil Superman steht mir sogar viel näher. Mit dem müsste ich doch viel besser zaubern können. Also wenn der Henry Cavill Superman ist, dann würde ich den gerne mal nicht beschwören. Ja, verstehe ich. Aber da gab es halt viele Experimente und dann gab es halt die einen, die gesagt haben, das ist ein Schaß, das hat nicht wirklich funktioniert, sondern es ist nicht dasselbe. Und dann gab es halt andere, die gesagt haben, naja, es hat auch irgendein Ergebnis produziert, vielleicht nicht dasselbe, aber sowas ähnliches. Und dann gab es halt ein paar Leute, die gesagt haben, bei uns hat das super funktioniert. Also auch da war dann in der Chaos-Magie wieder so unterschiedliche Interpretationen, Deutungen. und das muss dann jeder für sich selber damit umgehen. Und das ist halt auch im IOT oder auch wie ich Chaos-Magie generell verstehe, ist halt diese ganz hohe Eigenverantwortung. Sondern wenn wir ein Gruppenritual machen, dann ist das ein, dann machen wir das zwar als Gruppe, aber du als Einzelner bist dafür verantwortlich, was da passiert, wie weit du gehst. Darauf müssen sich auch alle anderen verlassen können, dass du diese Selbstverantwortung hast. Und niemand wird dir erklären, was du da erlebt hast. Niemand wird dir eine Ritualerfahrung deuten. Niemand außer dir ist verantwortlich, was du aus dem Ritual rausholst. Du kannst dich in ein Ritual reinstellen und es passiert nichts. Du kannst dich in ein Ritual reinstellen und dir denken, es ist ein Schaß. Das ist deine Verantwortung. Oder du schaust, dass du irgendwas aus dem Ritual rausholst. Die Gruppe stellt quasi nur den Raum und die Gruppenerfahrung zur Verfügung als Gesamtes. Aber jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, ob er da jetzt eine Inspiration rausholt, ob er sich bescheuert vorkommt, wenn er im Rosatütü im Kreis rumhüpft oder ob er sich denkt, eh, cool, und total argomagische Visionen hat oder was auch immer. Also das liegt halt sehr in der Verantwortung des Einzelnen, wie er mit diesen Gruppenerfahrungen umgeht oder sie. Das ist zum Beispiel ganz ein wichtiger Aspekt auch, das ist diese, niemand außer dir hat das Anrecht, deine Erfahrungen zu deuten, aber natürlich gibt es eine Peergroup, mit der man sich austauschen kann und wo man auch ein bisschen aufeinander aufpasst und sagt so, natürlich hast du deine eigene Wahrheit, aber es gibt schon sowas wie eine Konsensrealität zum Beispiel. Wir sind uns weitestgehend alle einig, dass es Gravitation gibt und egal wie sehr du nicht an Gravitation glauben willst in deiner eigenen Welt, wenn du aus dem Fenster springst, du bist lieber nicht. Und da geht es dann auch darum, dass man auf sich aufpasst und dass man so ein bisschen Feedback von anderen bekommt, ohne die Autorität abzugeben über seine Hoheit. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt in der Magie oft und deswegen möchte ich mir gar nicht anmaßen, irgendwie solche Sachen wie Fakt, Fiktion, sonst was zu deuten, sondern was gibt, was bringt es mir, was mache ich für Erfahrungen, ich kann meine Erfahrungen mitteilen und andere Leute müssen daraus halt dann ihre Schlüsse ziehen und fühlen sich davon bereichert oder sagen, ja, das, was da stark davon sich gibt, ist ein Schaß. Und beides ist legitim, mache ich auch, ich sage auch selber zu mir, selber, das, was ich da damals gedacht habe, ist ein Schaß oder das, was der Bernhard gerade gemacht hat, war ein Schaß oder manchmal war es cool und war total spannend. Deswegen, also ich möchte da gar nicht in irgendeine Richtung gehen von was, also ich habe persönlich vielleicht Überzeugungen aus so einem, wie ich mir die Spirit-Welt vorstelle oder so, aber das sind dann ganz private Dinge für mich, die ich mit mir selber ausmachen muss und die sich auch permanent ändern wieder. Aber eben wie man sich die Welt erklärt, muss jeder selber wissen und dafür sind eben praktische Rituale, Ritualerfahrungen eine Möglichkeit und der Austausch mit anderen eben auch. Es ist schade heute, dass sich keiner mehr traut, praktisch zu arbeiten. Also, ich habe auch so meine Theorie, warum das so ist, aber viele Gründe, aber das ist zum Beispiel bei uns, also bei uns, die Chaos-Magie legt halt den Wert auf Praxis, also eben nicht auf, ich will viel über Magie lesen und viel, viel nachdenken und diskutieren und im Internet, sondern, also es ist auch bei uns, wenn du zu uns kommst und bei uns kannst du nicht bei einem Ritual zuschauen, du stellst den entweder im Kreis oder du bist draußen, also nicht außerhalb des Kreises, sondern außerhalb des Raumes. Also du schaust nicht zu, du machst mit oder nicht und es kann dir auch keiner erklären sein, ja, aber wofür ist das Ritual da, was soll das machen? Da kann man ein bisschen über Zielsetzung reden, aber am Ende ist es dann, stell dich rein und schau, was passiert und dann berichte, was dir passiert ist und tausch dich mit den Leuten aus. Das ist das Einzige, wie man Magie de facto wirklich sinnvoll praktizieren kann. Ein bisschen ein theoretischer Überbau ist manchmal schon sinnvoll, ja, klar, aber ohne Praxis ist es keine Magie. Ich glaube aber, da wird ja schon gesagt, das Problem heutzutage ist, glaube ich, bei vielen einfach wirklich Angst im Hinterkopf. Solange ich theoretisch bleibe, weiß ich ja nicht, wie das Ziel ist. Also ich weiß nicht, ob es gut ist oder ungut ist, weißt du, das ist so bei vielen Sachen einfach Angst vor dem Ziel. Deswegen bleibe ich lieber theoretisch. Oder halt auch einfach wirklich so sitten christliche Prägungen oder halt zu viele Horrorfilme geschaut oder einfach von den Eltern irgendwelche Sachen oder der Gesellschaft. Oh mein Gott, Magie, das ist ja gefährlich. Ja und nein, Autofahren ist auch gefährlich. Alles ist im Leben irgendwo gefährlich. Wenn du in den Meer baden gehst, kann es sein, dass du einen Herzinfarkt kriegst oder dass der Hai kommt. Passiert nicht oft, aber es kommt vor. Dann soll man Abfall ersticken. Ja, exakt. Also alles im Leben hat gewisse Risiken und es ist halt nicht, das Vermeiden ist nicht die Lösung, sondern lerne es halt sinnvoll zu tun. Wenn du tauchen willst, dann gibt es ja genau dafür Tauchkurse. Also du springst ja nicht wie ein Deppeter einfach im Atlantik vom Hubschrauber ab im Wiener Sturm und das wäre dumm. Also wir haben ja auch die Maxime-Bereichernstags eine Deppert. Benutze deinen Hausverstand. Also wie ein Philosoph hat mal gesagt, das ist ein Päre-Aude. Wage es, dich deines Verstandes zu bedienen. Sei Deppert. Weißt du das. Und sei kein Arschloch ist auch eine gute Maxime grundsätzlich im Leben. Und damit kommen wir dann schon recht weit in der Magie. Wie schaffst du das so als Sternzeichen-Jufrau? Ich meine, wir sind geborene Arschlöcher. Sehr viel Training. Ich kann es nicht immer vermeiden. Ich mache mich gerne, ich mache mich gar nicht so gerne unbeliebt, aber ich mache mich halt oft unbeliebt. Ist halt so. Du bist Zwilling, da kann man eh das Hoppen und Wald verloren. Ja, hast du einen Zwilling. Weißt du auch deinen Mond? Auch irgendeinen Merkur. Ich glaube, ich weiß es nicht auswendig. Was ist denn euer aktuelles Thema? Und wir lassen jetzt erstmal den Geo reden, weil der redet deutlich kürzer als du. Die Schlimme, alles gut. Die glaube ich an mir, ja. Das euch extrem reizt, beziehungsweise wo er richtig eintaucht und vielleicht auch nochmal so, was sage ich, so richtig catcht auf. Nur ein Thema. Irgendwo noch mehr. Du erwähntest, du erwähntest, ich bin Zwilling, also mein Kopf ist. Ja, bitte. Hau raus. Tatsächlich springe ich aktuell ein bisschen hin und her zwischen Maya, Kultur, Götter, Kalender und 64 Jinkies von Richard Rudd. Ja. Kannst du ja kombinieren. Wie gesagt, ich springe aktuell ein bisschen hin und her, aber Interesse halber, weil ich bei beiden recht neu bin, recht wenig Ahnung habe und recht viel Potenzial sehe, so ein bisschen was daraus rauszuziehen und deswegen ist der Fokus jetzt bei beiden Sachen, ist jetzt nicht eine Sache, die vorhin zwei Tagen erledigt ist, aber mein Gott. Du überlegst fieberhaft, sehe ich so? Ja, weil ich genau gerade so in der Zwischenphase, ich bin gerade eben zum Jahreswechsel nach Wien gezogen und bin gerade in so einer Übergangsphase noch, also ich habe vieles beendet, was mich lange interessiert hat, dass ich auch die letzten ein, zwei Jahre so wenig Magie praktiziert, wie schon lange nicht mehr, weil einfach weltliche Dinge wichtiger waren und ich merke, dass vieles zu Ende geht und das Neue noch nicht so ganz da ist. Yoga steht so ein bisschen im Hintergrund, so Körper in Ordnung bringen immer noch, also sehr körperlich-physische Praxis, die war eigentlich schon in dem Jahr recht stark da, ich habe mich aber gerade leider an der Schulter verletzt und es hat mich ein bisschen zurückgeworfen, generell auch das Thema Fasten, die Rolle des Fastens in der Magie, also ich fast seit einem halben Jahr, irgendwie mache ich so Intervallfasten recht viel und beschäftige mich viel mit Ernährung und was das mit mir macht, also auch so sehr subtile Wahrnehmungen, also so ein, was, wenn ich, wenn ich irgendwie nach Wochen einfach mal plötzlich wieder so ein richtig heftiges Tiramisu in mich reinhau, einfach auf irgendeiner Geburtstagsfeier, also mit diesem Zuckerschock umgehen und dann wahrnehmen, fuck, das habe ich früher so gerne so nebenbei gegessen und so zu merken, was hat Zucker, also wie heftig Zucker im System reagiert und wie aufwühlend es ist und also die Kinder im Zuckerschock, die immer so schreiend im Kreis rennen und so aufgedreht, sagen ja, ich kann es verstehen, also wenn ich jetzt ein bisschen desensibilisiert wurde, merke ich das auch mit diesem Stresslevel, den das im Hintergrund so macht. Auf was für Stuhl sitzt du? Ich jetzt gerade auf. Auf so einem Hock, also auf einem großen Würfel. Ich habe das The Empire Never Ended Yet, oder wie heißt das deine Reihe? Genau, The Empire Never Ended Yet. du so eine halbe Zeit über so einen Stuhl geredet hast. Aber wenn ich Provision bekommen hätte, wie viele fucking Leute sich wegen mir einen neuen Sessel Bürostuhl gekauft haben. Ich habe es sicher 20, 30, ich hätte Bürostuhlverkäufer werden können. Oder, was mich auch sehr beeindruckt hat, war, als über das Necronomicon geredet hast und hast, glaube ich, in 5 Minuten 20 Mal das Wort Löwenfehlgürtel gesagt. Ich liebe es auch, wie du es aussprichst. Löwenfehlgürtel? Gürtel, kann man richtig sagen. Wobei das ist, glaube ich, die Götze, nicht das Necronomicon. Ja, genau, Götze, ja, genau. Ja, genau, stimmt. Das ist ja so ein ganz, ganz berühmt, berüchtigter Ritualgegenstand in der Götze, in diesem Schlüssel-Salonon. Ja, ich sage das gerne, weil ich das halt in einem Buch habe, deswegen. Das ist so eins der Dinge, die, ohne das kannst du gar nicht Ritualmagie machen, um diese Dämonen zu beschwören. Es ist halt eine dieser Regeln, die, die halt in einem Buch stehen, aus welchen Gründen noch immer, wird seine Gründe haben, warum das da drin steht, aber das sind halt Sachen, wo man dann zum Beispiel herumexperimentieren würde als Chaosmagie. Brauche ich das wirklich? Wo soll ich im 21. Jahrhundert jetzt sinnvoll einen Löwenfellgürtel herbekommen? Ja, vielleicht gibt es irgendwie einen Etsy-Store, der sich auf Deppen spezialisiert hat, die Ritualgegenstände kaufen, die jetzt einen Löwenfellgürtel brauchen, aber ansonsten kriege ich, glaube ich, nirgends einen Löwenfellgürtel. Gibt es andere Dinge? Brauche ich das überhaupt? Theoretisch darfst du viele dieser Dinge nur dann tun, wenn du sie auf Goldplatten gravierst. Ja, wenn ich König in Ägypten bin, dann habe ich vielleicht irgendwo 30 Kilo Gold rumliegen, aber sonst nicht. Es sind auch, glaube ich, Metalle gewesen. Metalle, ja, wie auch immer, aber ich sage jetzt nur, bei manchen braucht man dann Gold oder nicht. Das sind dann Sachen, wo man herum experimentiert und sagt, was kann man adaptieren und was nicht. Und das ist auch so ein vielleicht so als Chaos magischer Leitfaden ganz gut. Der Jason Miller hat da immer das Beispiel mit dem Grilled Cheese Sandwich. Also das ist so eine amerikanische Fastfood-Spezialität, so ein Weißbrot-Scheiben mit Fett eingeschmiert, Mayonnaise und dann kommt da irgendwie Käse rein und das packt man dann in ganz viel Fett raus. Das ist so ein Grilled Cheese Sandwich. Und wie viel davon kann ich verändern, dass es immer noch ein Grilled Cheese Sandwich ist? Ich kann die Käsearten austauschen oder ich kann vier Käsesorten nehmen oder nur irgendeinen billigen Schmelzkäse. Alles ist irgendwie ein Grilled Cheese und ich kann die Mayonnaise durch Butter ersetzen oder durch Margarine. Immer noch irgendwie Grilled Cheese, aber wenn ich den Käse durch Tomaten ersetze und das Weißbrot durch Nudeln, ist es kein Grilled Cheese mehr. Und das ist halt so ein großes Spektrum und so kannst du das halt auch in salomonischer Magie machen und sagen, ich bin da ultratraditionalistisch nach dieser einen Interpretation der Götze ja vom Dr. Rudd zum Beispiel mache ich das oder Dr. Stephen Skinners Auslegungen dazu, weil das ist die wahre Lehre oder du setzt dich halt hin und sagst, wie viel davon kann ich abändern? Kann ich mit den Siegeln alleine arbeiten? Und du wirst zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen oder zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Die Frage, ob man das bei 72 götischen Dämonen ausprobieren muss oder ob man sich nicht etwas aussucht, was vielleicht im ersten Moment ein bisschen zugänglicher ist und vielleicht nicht ganz so potenziell bedrohlich unter Anführungszeichen. Aber so nähert man sich dem dann an und sagt, ich habe eine Ahnung, wie Rituale funktionieren, ich verstehe, warum das historisch so gemeint war, das kann ich jetzt adaptieren auf die moderne Zeit. Oder ich nehme einfach die Siegel und tappse mir auf die Stirn und schau, was passiert. Das hatte ich dir ja gesagt, ich habe mir zum Beispiel hier bei den Reisen zu den Toren auf die Haut gemalt, weil ich dachte, wir tragen quasi alle Elemente irgendwo in uns und warum nicht man sich selbst als Leiter nutzen so nachdem man hat funktioniert. Die Frage ist halt, macht es einen Unterschied? Also macht eine meditative Reise sozusagen zu diesen Planetentoren, jetzt reden wir gerade vom Necronomicon zum Beispiel, macht das einen Unterschied, wenn ich das so quasi meditativ mache wie du oder wenn ich das Ganze zeremoniell mit doppelwandigem Feuerkreis und einem Dolch aus Kupfer mit den Gravuren und den Wächteranrufen und so, das sind unterschiedliche Dinge. Vielleicht kommt am Ende dasselbe raus, nur mit urviel mehr Aufwand und man hätte sich einfach eine visualisierte Reise machen können und hat dieselbe Erfahrung gemacht. Das muss man dann herumexperimentieren und der eine wird sagen, nein, das muss so sein und der andere wird sagen, das muss so sein und am Ende kannst du es nur ausprobieren und sagen, das eine hat besser funktioniert oder nicht oder hat mehr zu dem gepasst, was ich gerne hätte. Ich habe Necronomicon hauptsächlich sehr traditionell gemacht, also sehr zeremonial magisch, was relativ mühsam ist. Also wir haben keine Goldplatten verwendet, aber wir haben dann uns schon bemüht, dass dann zumindest das Gold-Element vorhanden ist. Also das war halt irgendwie, irgendwer hat halt eine Münze, so eine Unze Gold halt hingelegt, dass zumindest echtes Gold oder einen Ehering oder sowas oder so oder eine Goldkette, dass zumindest echtes Gold vorhanden ist, zum Beispiel bei der Sonne, also bei dem Solan-Tor zum Beispiel oder bei Quecksilber wird es schwierig, weil Quecksilber kriegst du heutzutage kaum noch. Die Oma anhauen am Fiebertermoment. Ja, so die alten Fiebertermomente. Don't try this at home. Aber, ja, und das ist dann eben so ein, das ist halt heute Limitierungen unterworfen, da muss man sich halt an andere Dinge überlegen manchmal. Aber ja, es hat schon, also physische Effekte kann man halt besonders dann provozieren, wenn man physische Repräsentationen hat, ja, also rein durch Visualisierung und Gedankenkraft habe ich auch schon Dinge erlebt, die dann unmittelbar dann passiert sind, aber wenn ich so Magie in der realen Welt wirken will und nicht bloß Inspiration haben will oder, oder, oder interessante Erkenntnisse oder, oder Selbsterkenntnis oder Inspiration oder schöne Reisen irgendwo hin, sondern wenn ich so Dinge manifestieren will in der physischen Welt, dann ist es halt oft hilfreicher, wenn man physische Repräsentationen hat, wenn man, wenn man ein physisches Ritual macht, das so ein bisschen ein Ausdruck dieses ist, dass man quasi schon sozusagen die physischen Samen sät, das ist zum Beispiel ein Erklärungsansatz, ja, es gibt einen Erklärungsansatz, warum man einen Schutzkreis explizit mit einem Eisenschwert zieht und nicht mit irgendwas anderem und schon gar nicht visuell. In diesen Traditionen ist das dann so, weil Eisen schützt dich halt vor den bösen Geistern. Das ist so im volksmagischen Sinne, ein Eisennagel schützt dich vor den bösen Feen, vor den bösen Fairies sozusagen, die deine Kinder klauen wollen in der Nacht und die bösen Spirits sind allergisch auf Eisen oder so aus irgendeinem Grund. Deswegen ziehst du mit einem echten Eisenschwert im echten Boden buchstäblich kratzt du einen Kreis, weil die Eisenspäne dann auf molekularer Ebene abfallen und dann wirklich einen echten Eisenkreis bilden, der einen echten Schutz vor diesen bösen Spirits bietet. Das ist zum Beispiel eine Erklärung in manchen Traditionen, warum man das wirklich tun muss und nicht einfach nur visualisiert. In anderen Traditionen hat der Kreis einfach eine ich eröffne einen neutralen Raum. Da bringt doch kein Schutt, wenn da irgendein ein Dämon Höllen ein Herrscher der Hölle persönlich vorbeikommt. Die fünf Pentagramme, die du da in irgendwelche Himmelsrichtungen gezogen hast, interessieren kein Schweinpotenziell. Je nachdem, je nach Tradition, da schafft man mit dem Schutzkreis eher einen neutralen Boden. Hey, hier ist so, wir sind die UNO oder das ist jetzt Botschaftsgelände, so ein hier erschießen wir uns nicht, hier ist Burgfriede sozusagen. Ein Erklärungsansatz von vielen, warum man einen Schutzkreis zieht, der weniger Schutzfunktion hat, sondern mehr neutralen Boden absteckt, an den sich hoffentlich, an die Regeln des neutralen Bodens halten sich dann hoffentlich alle Beteiligten. Eine andere Erklärung, warum man einen Kreis zieht. Das mit dem Schutzkreis ist ja auch vor allem wegen Hollywood so hart im Gedächtnis der meisten oder so eingeprägt, so der Kreis ist für Schutz und die ziehen dann sogar einen Schutzkreis, wenn sie sich nur eine Frage auspendeln wollen oder was weiß ich was, wo ich mir denke, Leute, wenn mir viel zu viel aufhört. Aber eben, da gibt es eben auch nicht die eine Sichtweise, sondern das sehen viele Traditionen anders. In manchen Traditionen ist das kein Schutzkreis eigentlich, sondern repräsentiert, ist eine symbolische Repräsentation der Welt oder des Universums, das hat gar nichts mit Schutz zu tun, sondern soll einfach nur so eine ich stehe im Zentrum des Kosmos repräsentieren und dann schreibe ich Götternamen und so weiter irgendwo hin, weil die das Universum repräsentieren und ich stelle mich in die Mitte des Universums. Da hat das gar keine Schutzfunktion im engeren Sinne, also das soll nichts fernhalten, sondern ist quasi fast schon wie eine Beschwörungshilfe. Also da gibt es gar keine universellen Deutungen von vielen Dingen und das ist halt, in der Chaosmagie sieht man das halt und betrachtet das meistens so und sagt, die einen sagen so und die anderen sagen so und ja, muss man ausprobieren für sich selber dann eben. Und wir machen auch meistens, wir gehen einfach los, haben irgendwas dabei, meistens so ein Opfer oder sowas oder das ein oder andere magische Werkzeug, vielleicht mal Kreide und dann finden wir uns illegal auf irgendeinem Grundstück in so einer Krillhütte wieder und machen mit Kreide auf den Boden und beschweren Dämonen und was weiß ich was für irgendeinen Zweck. Alles schon vorgekommen, aber jetzt vielleicht noch so zum Abschluss, zum Ausklang, wenn da jetzt Menschen sind, die Bock auf oder die sich denken, boah, Kosmogie klingt echt gut, worauf würdest ihr sagen, sollte man prinzipiell achten, beziehungsweise gibt es vielleicht auch da Grenzen, die man eher nicht so überschreiten sollte? Gibt es da was? eh schon die Sachen, die wir besprochen haben, also das meine ich jetzt nicht elitistisch, aber ich glaube nicht, dass jeder Mensch zum Chaosmagier oder Chaosmagierin geeignet ist und zwar nicht im Sinn von, weil sie schlecht sind, doof oder sonst was, sondern weil das eine Herangehensweise an die Welt oder an Magie ist, die einfach nicht jedem liegt, wie überall anders auch, also da muss jeder seine eigenen Wege finden. Ja, das was ich am Anfang gesagt habe, so diese Grundprinzipien, also wenn du, also Chaosmagier hat ganz, ganz stark den Umgang mit Paradoxa oder mit Ambivalenz, das kann so sein, das kann so sein, also mit dieser, mit Widersprüchen umgehen, also kannst du mehrere Dinge gleichzeitig, die sich eigentlich widersprechen, kannst du das aushalten, also kannst du deine, wenn du fanatischer Veganer bist, dann wirst du die dir in der Chaosmagie schwer tun, weil das eine urstarke Überzeugung ist, die du vielleicht zurecht hast, das möchte ich gar nicht anzweifeln, aber gerade in der Chaosmagie wäre das dann was, wo man sagt, jetzt esse ich bewusst Fleisch zum Beispiel, entgegen meiner inneren Überzeugung, weil das, allein die Tatsache, dass ich da so dran mich darüber identifiziere, dass da hängt so viel dran, dass man auch, wenn ich ganz davon überzeugt bin, dass ich Recht habe damit und dass das ganz richtig wichtig und toll ist und dass das das größte Ideal ist und wir sollten alle vegan uns ernähren, das mag richtig sein, aber daran hängt halt auch ganz viel Identifikation, ganz viel Glauben, ganz viel Weltbildfragen, ganz viele, ganz viel Fanatismus potenziell, der auch wichtig sein kann, wenn man einen idealistischen Kampf führt oder eine Überzeugungsarbeit oder politische Tätigkeit, aber das hält einen halt auch potenziell irgendwo gefangen und in der Chaos, also wenn du da jetzt nicht, also wenn du da jetzt schon allergisch reagierst drauf, oder umgekehrt, wenn du Fleischesser bist, überzeugter, ernähre ich mal ein paar Monate vegan, also wenn dir dieser Gedanke komisch vorkommt oder alles sich in dir wehrt, dann wirst du in der Chaos-Magie nicht glücklich, weil da musst du gleichzeitig jonglieren, dass du auch mal an einem christlichen Ritual teilnimmst, obwohl du die Kirche scheiße findest vielleicht oder dass du sagst, okay, ich probiere sich widersprechende, ich wähle mal eine rechte Partei und eine linke Partei und schaue, was macht das mit mir, wie reagiere ich drauf, wenn ich plötzlich bei der AfD ein Kreuz mache, nicht, dass ich das empfehle, aber die eine Stimme ist im Zweifel egal, was passiert, wenn ich dieses Scheißkreuz dort mache, was kommt da bei mir hoch und wie ist mein Verständnis von Demokratie plötzlich, wie viel Bedeutung messe ich meiner eigenen Stimme zu oder ich bin, also ich nehme jetzt bewusst solche extremeren Beispiele, das muss man jetzt so nicht machen, rate ich auch niemandem, aber das wären so Dinge, kann ich unterschiedliche Glaubenssysteme, Überzeugungen parallel halten oder zerreißt mich das, will ich die Wahrheit herausfinden, will ich wissen, wie die Welt wirklich ist und ganz echt und will ich andere Menschen davon überzeugen, da ist man in der Chaosmagie eher falsch, also da fliegt man in der Chaosmagie auf kurz oder lang auf die Schnauze, das ist, du darfst dann schon deine eigenen Wahrheiten natürlich haben und sollst sie auch haben, so wie ich wähle nicht die AfD zum Beispiel, das ist eine gute Überzeugung, aber das ist das, was ich persönlich sage, das ist eine Überzeugung, zu der ich gekommen bin und die darfst du natürlich haben, so wie ich bin überzeugter Veganer, aber die Frage ist, wie fanatisch vertrittst du das und kannst du die Gegenseite nachvollziehen, hast du das schon mal anders probiert überhaupt und dann kannst du immer noch zurückkommen und sagen, ja, und jetzt bin ich erst recht überzeugter Veganer zum Beispiel, okay, aber das wären so Dinge, die in der Chaosmagie ganz, ganz wichtige, wichtige Elemente sind, ja, im Kleineren, man macht das mit kleinen Dingen, meistens fängt man dann, ja, und man muss das nicht so weit treiben, aber das, vom Grundgedanken, wenn du da sehr, dich über viele Sachen identifizierst und dein Wohlbefinden davon abhängig machst, von Identifikationsgeschichten, in der Chaosmagie arbeitet man ganz viel damit, unterschiedliche Perspektiven durchzugehen, sich selber die ganze Zeit zu dekonstruieren, seine eigenen Glaubenssätze, die ganze Zeit zu hinterfragen, du bist mal Börsenhändler und mal bist du Hippie und dann lebst du monogam und dann lebst du polyamor, ja, muss jetzt nicht jeder so machen, aber es ist für viele Chaosmagien so, dass sie verschiedene Lebensstile ausprobieren und da dann wirklich auch tief eintauchen und für mehrere Jahre sich in eine Richtung committen und dann irgendwann auch wieder rausgehen und sagen, jetzt mache ich das Gegenteil davon oder was ganz anderes und das ist etwas, das vielen Menschen nicht liegt oder was viele Menschen auch überfordern würde oder wo Menschen gar nicht die Kapazitäten haben oder auch nicht die Zeit haben, weil, seien wir uns ehrlich, die meisten Menschen wollen ja eigentlich entweder so eine Art Religionsersatz haben oder halt im Kleinen ihr Leben ein bisschen verbessern, ja, dann reicht Sigillenmagie oder sowas, da muss ich nicht Magier oder Hexe werden, sondern ich, also in einem, als Lebensstil, sondern mit ein bisschen Kerzenmagie und ein bisschen Sigillen oder so, kann man schon urviel den besseren Job bekommen oder die Gehaltserhöhung oder irgendwie eine Beziehung, irgendwas, also die üblichen weltlichen Wünsche, dafür muss man nicht viel Magie, also dafür muss man nicht hochtrabende Magie machen, also da reichen so ein paar Kleinigkeiten und dafür muss man nicht Chaosmagier, Wicker, Hexe, Telemith oder sonst was werden, sondern Magie als nebenbei Unterstützung im allgemeinen Leben, ja. Genau. Ja, was soll ich noch zu sagen? Nein, im Grunde genommen, im Grunde genommen, neben den erwähnten Basics, also Chaosmagier ist einfach kein Freifahrtschein für alles, das ist, wie schon erwähnt, die Basics sind wichtig, auch die eigenen Schatten sind wichtig und das ist eben das A und O und gerade wo ist auch ein Wort gefallen, was ich sehr persönlich wichtig finde, Hinterfrage, Hinterfrage, einfach dich selber vor allem und hinterfrage alles und danach kannst du, wenn du die Basics und dich selber so ein bisschen auf Startmodus gemacht hast und die ersten Schritte gegangen ist, praktisch. Guck, was dabei rauskommt. Es ist ja eine Thematik von Do it, Experimentier, wenn du dir Konsequenzen natürlich klar bist. Es ist ja auch deswegen, was passiert, wenn ich irgendwo reinschreie? Es kommt ein Echo oder ist die Hülle so tief, dass sie irgendwie später rauskommt oder keine Ahnung, kann ich runterspringen ohne mir wehzutun? Genau, also das selbstständige Denken, selbstständige Pro und Kontras vielleicht auch schreiben und eben gucken, was passiert, wenn ich diesen Nies-Macher. Es ist viel Freiheit, aber eben kein Freiheitschein für alles. Ja, schön gesagt. Pete Carroll, einer der Begründer der Chaos-Magie, hat irgendwann mal gesagt, Magic works in practice, not in theory. Also Magie muss sich in der Praxis bewähren und nicht, weil irgendwelche theoretischen Konzepte kann man sich schnell zusammenschustern. Auch in der Chaos-Magie, du kannst dir urschnell kreativ das beste, am logisch klingendste Ritual zusammenbasteln. Aber wenn es dann nicht funktioniert, hilft es nicht. Also dann hat es halt einfach nicht funktioniert. Es muss halt den Test der Praxis bestehen und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Was ich noch ganz wichtig finde, ist auch Selbstbewusstsein. Also, dass man eine Reife selbst erlangt hat, von mir aus auch durch Schattenarbeit und so weiter und so fort, wo man weiß, wo man steht, wo man sich nicht so schnell von, wie habe ich es eben genannt, egal, Elke, von nebenan, die dann einmal sagt, dass man sich dann komplett aus der Bahn werfen lässt, alles hinterfragt, sondern auch so ein bisschen seinen Mann stehen, das sagt man so schön, ja. Darf man das heute noch sagen? Ich weiß gar nicht. Seine Mann innen stehen? Genau. Kojonis beweisen, aber das wäre auch schon wieder abhängig. Also, dieses Fundament haben, auch manchmal, was ich gerne mache, ist, im ersten Moment denke ich, ich weiß es eh besser, aber Kritik bleibt trotzdem in meinem Hinterkopf. Ich sage erst mal, erst mal da drauf zugehen und das Verändern ist auch immer ganz gut. Also, ein bisschen Arschloch sein finde ich schon ganz gut, ja, aber. Aber man muss auch ein bisschen Demut ist auch angesagt. Ja, ja. Es gibt Menschen, die sind klüger als ich, zumindest in einzelnen Fachbereichen, immer, bei acht Milliarden Menschen, wird es immer wen geben, der irgendwas besser kann, klüger ist oder sonst was und da im Zweifel halt lernen von anderen und auch bereit sein, mal sich einzugestehen, dass man halt eben, ja, irgendwo daneben gelegen ist. Ja, oder, was ich auch ganz wichtig finde, ist ein Punkt, den du eben genannt hast, mit diesem über den Tellerrand blicken und auch gerne mal über den Tellerrand gehen, ja. Das ist was, was wir beide zum Beispiel haben aus dem Projekt unseren Leuten gerne auch ans Herz legen, wenn du in eine Situation kommst, in der du merkst, okay, hier würde ich jetzt normalerweise nicht weitergehen, versuch es einfach mal kurz auszuhalten und wenn du merkst, es geht gar nicht, dann brich ab, aber versuch es wenigstens mal. Ja, und wir haben da schon Leute gehabt, die haben panische Angst vor Feuer gehabt, wir haben sie in eine Feuerwelt geschickt und sie haben einfach durchgehalten und haben festgestellt, boah, ich habe voll Panik gehabt, aber ich habe gemerkt, ich bin geschützt und mir kann eigentlich nichts passieren und waren auch super stolz auf sich selbst, wo du normalerweise dann sagen würdest, jetzt kommt gerade körperliche Panik, nee, Komfortzone, man muss einfach die eigenen Grenzen kennen und danach weitergehen, manchmal. Ja, je nachdem, also man muss halt realistisch seine Ressourcen einschätzen können, also gerade wenn man halt jung ist, dann kann man das halt oft noch nicht, das lernt man dadurch, dass man über Grenzen drüber rennt, ohne zu merken, dass da eine war, aber mit der Zeit merkt man hoffentlich so ein, okay, ich muss mein Ressourcen Management, sondern habe ich gerade die Ressourcen, mich zu irgendeinem bestimmten magischen Weg jetzt zu committen für die nächsten Monate oder habe ich die nicht oder habe ich gerade die Ressourcen, jetzt jeden Tag zu meditieren, habe ich die Ressourcen, irgendwas zu tun oder dieses Ritual zu machen oder ist es gescheiter, dass ich vorher, dass ich jetzt eher Ruhe gebe und das Ritual vielleicht mich erst in einem halben Jahr in so eine Feuerwelt reinstellt, weil ich jetzt erkenne, ich habe nicht nur Angst, sondern ich habe, es ist keine Schande, der Dinge nicht zu tun, das ist auch okay, es ist auch ganz wichtig, nein zu sagen zu vielen Dingen, aber halt dieses Lernen, so ein, ab wann wäre es schon im Sinne einer Weiterentwicklung sinnvoll und wichtig, über eine Grenze mal drüber zu gehen und einen, also auch bewusst sich einen Rahmen schaffen, wo das dann möglich ist und zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit und ich bereite mich im Zweifel darauf vor und andere Leute, oder hol mir eine Hilfe an die Seite, genau, oder andere Leute, für die brauchen das, dass sie quasi reingestoßen werden oder dass sie einfach mit Anlauf drüberhupfen, das muss jeder für sich selber herausfinden und das kann auch über die Zeit sich ändern, ich habe Phasen gehabt, da war nur Kopf durch die Wand für mich das Richtige und ich bin seit Jahren so, dass ich sage, alles nur nicht Kopf durch die Wand, sondern möglichst sanft, möglichst ruhig, ich bin froh, dass mein Leben gerade toi 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 halbwegs stabil ist und das nicht die ganze Zeit überall Chaos ist, sondern ich möchte mal eine andere Lebenserfahrung machen, ich bin jetzt 42 gerade geworden, ich habe andere Dinge im Leben, ich will meine Beziehungen, meine Partnerschaften aufbauen, ich will mir eine Höhle bauen, sozusagen ein bisschen sesshaft sein, einmal eine Zeit lang und aus dem heraus dann ganz andere Dinge tun können, das ist halt eine andere Art von Magie, als wenn du die ganze Zeit auf Reisen bist, die ganze Zeit auf Achse, die ganze Zeit in so einem Zwischenzustand bist, da brauchst du andere Magie, da kannst du andere Sachen erleben, also mir ist noch nie so viel orges Zeug passiert wie in bestimmten Phasen meines Lebens, wo es unglaublich wild war, von irgendwelchen UFO-Sichtungen und so richtig weirden, paranormalen Zeug und wildeste Erfahrungen, wo ich heute sage, ich habe gar nicht die Nerven für so einen Scheiß, also ich habe momentan, wenn ich mich heute hinsetze, da werde ich da durch die Tür dann da gehen irgendwann, da ist gerade so St. Cyprian-Altar, da mache ich so bestimmte Rituale gerade, die sehr meditativ sind, sehr kontemplativ, aber das ist oft so ein, die Zeit meiner wilden Rituale ist vielleicht nicht vorbei, aber gerade nicht da, wo die ganz intensiv waren und wo auch die Energie und heftig und Orgevisionen und heute habe ich manchmal das Gefühl, ich rede einfach gegen eine Wand, also ich merke nicht viel, ich merke, ja da ist, die Präsenz ist da, aber da spüre ich jetzt in dem Ritual nicht viel und ich habe irgendwie das Gefühl, wie wenn ich so in so einen leeren Raum einfach reinrede, meinen Wunsch oder meine Petition, aber es passiert dann trotzdem, also das ist jetzt auch kein Indikator, dass ein Ritual möglichst wild sein muss, damit es funktioniert, manchmal ist das Ritual, ist möglichst wild, kann eine Repräsentation sein von, die Energie staut sich im Raum und kann nirgends hin und deswegen spürst du sie so stark, aber die sollte eigentlich wohin, also das kann alles mögliche bedeuten oder das kann heißen, du hast gerade viel Energie mobilisiert, juhu, alles mögliche, aber das ist zum Beispiel für mich gerade so ein ganz wichtiges Ding, so ein, hey, ich teile, ich habe inzwischen, hoffe ich, mit den Spirits, mit denen ich viel arbeite, ein halbwegs gutes Verhältnis, eine gute Beziehung aufgebaut, wir müssen uns nicht mehr in die Goschen hauen die ganze Zeit, sondern wir können miteinander reden, wir trinken Bier miteinander oder Rum in meinem Fall oder Whisky miteinander sozusagen und man teilt halt einfach mit, was man gerne hätte und das passiert dann oder halt nicht, aber da braucht es nicht viel Ritual, da braucht es nicht viel Glitzerkram oder Pomp oder sowas, aber war manchmal auch wichtig, damit ich da bin, wo ich heute bin, damit ich das auch ruhiger angehen kann, also ich muss halt nicht mehr jeden Dämon beschwören, nur weil ich es kann oder weil ich es lustig finde oder weil ich schauen will, was passiert, wenn ich es tue. Ja, das mache ich momentan. Aber es sind auch sehr ruhige Rituale tatsächlich, sondern ich beschäftige mich mit dem Grimoire Fiamat, wo du mit diesen elf Monstern, die sie geboren hat, also diese Dämonengötter quasi arbeitest in diesem System und das ist quasi eigentlich nur stiller Raum, Meditation, Trance, Blutopfer und Orgasmen quasi, das ist alles. So, das heißt, es ist keine Action eigentlich, ja, aber es ist trotzdem extrem, ja gut, es macht Spaß, aber es ist extrem energetisch, aber ja, es ist, und ich mache es eigentlich nur, um es jetzt auszuprobieren, also es rätzt mich gerade und es ist nicht notwendig, aber eben, es gibt Phasen im Leben, wo man, so wie im normalen Leben auch, du hast Phasen, wo du viel Partys machst und dir alles Mögliche reinhaust vielleicht oder sonst was oder mit sehr vielen Menschen Sex hast oder was auch immer, oder viel auf Reisen gehst oder viele Abenteuer erlebst oder auch dumme Jobs machst, um dich irgendwie über Wasser zu halten und dann hast du Phasen, wo das nicht so ist und wo du einfach für die Prüfungen der Uni lernen musst, Punkt, oder wo du halt einfach dein Kind großziehen musst und jetzt nicht irgendwie jeden Tag 17 Dämonen beschwörst, sondern du musst jetzt für dein Kind sorgen und das ist die Priorität im Leben und es ist ganz wichtig in der Magie zu wissen, wann man nicht zaubert, sondern wann man sich einfach ums Leben kümmert und um sein Leben und sein Leben auf die Reihe kriegt. Und dass das auch nicht heißt, dass man plötzlich die Verbindung verloren hat oder so, sondern dass man einfach nur gerade was anderes prävisiert. Was ja schon bei vielen anfängt, ist dieser Basic-Meditation. Da haben die meisten Leute einfach keinen Bock drauf. Dauert den zu lange? Verständlich, ja. Zu viel Investition. Aber es ist halt so eine echt wichtige Sache, finde ich. Also man muss sich auch da Schweinehund überwinden, gehört auch auf das. Aber eben wie du auch am Anfang gesagt hast, faul sein muss man sich verdienen. Also man kann faul sein, aber man muss sich das leisten können. Und das war für mich, vielleicht zum Abschluss oder so, für mich, warum Chaos-Magie war, weil ich irgendwann erkannt habe, dass ich, wenn ich faul sein will, muss ich manchmal Dinge tun. Also es ist wichtig, dass ich manchmal durchbeiße und Dinge mache und jetzt Arbeit reinstecke, weil nachher wird es noch viel mühsamer. Und wenn ich jetzt Skills lerne, habe ich dann meine Ruhe und kann dann chillen. Und das war dann so ein, da war ich dann einfach Pragmatiker und habe gesagt, ich bin so faul, dass ich bereit bin, jetzt was zu tun, weil mir meine Faulheit so wichtig ist, dass ich dann wirklich meine Ruhe habe. Und deswegen, meditieren lernen ist meistens urnervig. Einfach meditieren lernst du, indem du dich hinsetzt und meditierst. Punkt. Nicht anders. Es gibt nichts anderes, wie du meditieren lernst. Hinsetzen und tun. Über Wochen und Monate und du wirst keine Fortschritte merken oft und wirst manchmal frustriert sein und deine Nase wird dich jucken und deine Knie werden zwicken und deine Füße werden wehtun und du wirst einen Krampf irgendwo haben und du wirst an alles denken, nur nicht Gedankenstille oder sowas. Das ist halt so. Und du wirst erst manchmal zehn Jahre später merken, wofür der Scheiß gut war. Das glaubst du aber natürlich in dem Moment nicht und willst das nicht wahrhaben, war bei mir auch so. Aber jetzt viele Jahre später muss ich sagen, ja, das war schon sinnvoll. Auch wenn es nervig war und auch wenn ich es damals nicht wahrhaben wollte. Aber ja, es gibt dann die Momente, wo du es brauchst oder wo du merkst, was das eigentlich alles verändert hat über die Zeit an Ruhe, an Loslassen und nicht verhaftet sein, an nicht in jede Dramaspirale einsteigen oder einfach die innere Wahrnehmung. So du merkst, ah, da gibt es Teile in mir, die ich gar nicht kenne, die einfach irgendwann sagen, ah, das ist meins. Eben gerade im Spirit-Kontakt. Die meisten reden nicht mit Spirits, die meisten reden mit ihren eigenen inneren Anteilen, die hochkommen, wenn ich an einen Spirit denke oder an eine Gottheit. Das lerne ich durch Meditieren, ah, das ist irgendwas von mir, ah, das ist mein inneres Kind, ganz banal. Oder das ist der Anteil oder da gibt es einen Anteil von mir, den ich noch gar nicht kenne, der so eine richtige Wut da sitzt oder Angst. Und dann, ah, das ist alles von mir, das kann ich dann auseinander dividieren, damit kann ich interagieren, da kann ich eine Aufstellung machen. Und aus dem heraus an sich können sich ganz viele magische Arbeiten ergeben. Oder eben auch das gilt zu sagen, ah, ist das jetzt meine Intuition oder scheiße ich mich einfach nur an? Das ist auch so ein sehr großen Indikator, wie viel Schattenarbeit du noch vor dir hast. Wie gut kannst du diese Stille aushalten? Es gibt, also wenn du gar nicht klar kommst damit, weißt du, okay, ich habe noch sehr viel Arbeit zu tun. Und weil da kommt alles hoch. Das ist einfach so, alles, was du so richtig schön tief vergraben hattest. Ich habe viele Freunde, die wenn die nach Hause kommen von der Arbeit, das Erste, was sie machen, Radio oder Fernseher einschalten. Nicht, weil sie fernsehen, sondern einfach, weil sie Beschallung brauchen. Sie brauchen kein Geräusch, weil die Stille sie wahnsinnig macht. Und das ist okay. Ich meine, das ist ja eine legitime Coping, diese Coping-Strategie hat man ja aus gutem Grund. Weil man sonst vielleicht überfordert wäre, weil dann plötzlich die ganze Scheiße hochkommt. Aber das wäre dann halt irgendwann, das wäre dann so ein Moment, wo man sagt, okay, jetzt widme ich mich dem Thema, jetzt nehme ich mir die Zeit und schaue, dass ich das so Schritt für Schritt vielleicht angehe. Und dass man da eben weiß, kann ich mir das gerade leisten? Wenn ich gerade in meinem Job drei Wochen, die nächsten drei Wochen das riesengroße Projekt habe, wo ich mir nicht leisten kann, dass mir meine eigene emotionale Welt um die Ohren fliegt, dann verschiebe ich es halt drei Wochen. Schon klar. Also das ist dann so mit seine Deppert gemeint, sondern du musst schon deine Möglichkeiten anpassen. Aber du kannst natürlich auch immer eine Ausrede finden, warum du es jetzt wieder nicht tust. Weil jetzt kommt die Familienfeier und dann kommt dieses und dann kommt die Party und dann kommt die Uni und 20 Jahre später hast du dich immer noch nicht hingesetzt und meditiert. Und weil das ist eben realistisch einschätzen, nicht sich selber verarschen. Das ist immer so eine Sache. Ja, das ist auch ein gutes Schlusswort, finde ich. Ja, da würde ich sagen, ja, Hexenkesselliebe und so weiter. Hexenkesselliebe. Und bis zum nächsten Mal gerne wieder mit unserem sehr viel redenden Rudolf, aber das machen wir ja. Ich rede ja gerne viel, wenn man mich lässt. Ja, in einem Podcast gewollt. Von daher. Und macht's gut. Bis bald. Ciao. Ja, da würde ich sagen,